Hockey O'Clock mit Martin Pfanner wird präsentiert von MyVenture. Deine VW-Campingbus-Vermietung in Österreich. Hockey O'Clock. Hockey O'Clock. Hockey O'Clock. Hockey O'Clock. Hockey O'Clock. Hockey O'Clock. Achtung! Was für ein Move! Nächster Schuss. Was für ein Pass zur Mitte. 1-0. Und der nächste Fight am Eis entbrennt. Hier entladen sich die Emotionen. Da haben wir doch noch was, um mit der Zunge zu schnalzen. Da ist hier also die allererste Folge Hockey O'Clock. Und es wird eine von vielen Folgen sein. Es gibt nämlich ein Spezial zum Beginn der großen Hockey O'Clock-Geschichte. Hoffentlich. Es ist das, wie könnte es auch anders sein, Thomas-Koch-Spezial. Thomas Koch, frischgebackener MVP der abgelaufenen Erste-Bank-Eisocke-Liga-Ära. Erst einmal schön, dass du dir diesen in Wahrheit dann auch Interview-Marathon mit mir antun wirst. Danke Martin. Ich freue mich riesig auf diese Sache und bin schon gespannt, was da alles zum Vorschein kommen wird. Aber ich schaue sehr zuversichtlich auf diese Episode schon und freue mich, wenn wir da nichts besprechen werden. Die Bated Home Eishockey-Liga soll hoffentlich bald starten. Wir sitzen hier in Klagenfurt. Es ist Anfang August natürlich. Unsichere Zeiten, das ist uns alles klar. Deswegen wollen wir über gesichertes Wissen sprechen. Wir haben deine große Karriere in sechs kleine Häppchen unterteilt, die in Doppelfolgen erscheinen werden. Die erste eben am 18. August, am Tag nach deinem Geburtstag. Also dann vielleicht ein verspätetes Geburtstagsgeschenk. Zwei Wochen später Folgen drei und vier. Und noch einmal zwei Wochen später Folgen fünf und sechs. Lass uns aber ganz kurz über die Auszeichnung zum MVP der Erste-Bank-Eisocke-Liga-Ära sprechen. Wo und wann hast du davon erfahren? Ich war zu Hause und habe im Internet gestöbert. Und plötzlich stolpere ich über diese MVP-Wahl der letzten 20 Jahre. Und sehe plötzlich ein Bild von mir unter all diesen namhaften Spielern. Und denke mir, vielleicht habe ich da Chance, das zu gewinnen. Und das wird mich natürlich mit Stolz erfüllen und eine riesige Ehre für mich sein, bei so vielen tollen Spielern am Ende ganz oben zu stehen und diesen Titel empfangen zu dürfen. Jetzt ist es dann auch der Titel geworden. Aber was war das Erste, als du gesehen hast, Thomas Koch, Erste-Bank-Eisocke-Liga-Ära-MVP? Wir reden ja nicht über zwei, drei Jahre. Wir reden über mehr als eineinhalb Dekaden, fast 20 Jahre. Was war das Erste, was dir durch den Kopf gegangen ist? Ja, eigentlich so lange bin ich schon dabei. Und so viele Spiele habe ich schon gespielt. Und ja, ein Wahnsinn eigentlich, wenn man das so präsentiert kriegt. 20 Jahre EBL und da habe ich einige Meilsteine gesetzt. Und das werden so honoriert von vielen Leuten. Ja, man fühlt sich einfach sehr geehrt und ich war überglücklich. Überglücklich. Das Stichwort hoffentlich nicht nur für Thomas Koch, KAC oder Red Bull Salzburg-Fans, vielleicht auch die einen oder anderen Lüleaub-Fans. Deine Karriere spannt ja dann doch sich über zwei Dekaden und viele Teams. Wir sezieren diese große Karriere, die auch noch lange nicht vorbei ist. Das ist das Schöne für alle Fans, für alle Zuhörerinnen und Zuhörer in Hockey O'Clock. Folge 1 vom großen Thomas Koch Hockey O'Clock Spezial widmet sich dem KAC. Es gibt, Thomas, in deiner Karriere zwei Phasen. Natürlich die des Großwerdens beim KAC. Und dann die Rückkehr vor der Saison 2011-2012. Wir wollen uns in diesem Part spezifisch dem zweiten Teil, also dem jüngeren deiner Karriere widmen. Und für diejenigen, die Eishockey vielleicht nur peripher verfolgen und jetzt nicht unbedingt wissen, wer der KAC ist, was den KAC ausmacht, beschreibe mal diesen Klub und diese Einzigartigkeit wahrscheinlich in Österreichs Eishockey-Landschaft. Ja, wie du schon gesagt hast, KAC ist der Eishockey-Club schlechthin in Österreich. Die größte Tradition. Über 100 Jahre schon besteht das Eishockey in Klagenfurt. Und dementsprechend sind auch die Leute dahinter und begeistert. Und KAC ist immer ein Thema. Jeden Tag, wenn man da um den Markt geht, es wird gesprochen darüber in der Stadt. Es ist einfach so eine Euphorie da, auch im Sommer. Jeder fragt, wie es weitergeht, was in den Ausländern kommen, wer da bleibt, wer kommt, wer geht. Trainer-Diskussionen. Dieses Thema ist tägliches Gespräch in Klagenfurt in der Stadt. Und dieses Eishockey-Fieber wird, glaube ich, nie aufhören. Und das macht Klagenfurt so aus. Jetzt ist natürlich coronabedingt so, dass der KAC auch noch ein weiteres Jahr mindestens amtierender Meister sein wird. Das bringt mich zu einer kleinen Episode, die wir gerne vorspielen würden. Wir springen zurück zum 24. April des Vorjahres. Matt Neal, Thomas Koch, Kosek, David Fischer, Adam Comrie, Adam Comrie, aus, vorbei, Titel 31 für den KAC. Man kann es so zusammenfassen, furchtbarer Kommentator. Aber natürlich extreme Emotionen in diesem Augenblick. Das war der Originalkommentar vom Championship Win & Go von Adam Comrie. Es war kein Zufall, dass auch du dort am Eis warst. Wie hast du diese Situation, diese Szene erlebt? Ich muss ganz ehrlich sagen, wir alle waren schon am Ende unserer Kräfte. Ich besonders. Ich habe ihm sehr viele Körner liegen lassen in den letzten Spielen, sehr viel Eiszeit bekommen. Aber eben das letzte Mal aus mir rausgeholt. Und das war ja schon Overtime. Wir haben Serien davor gehabt mit Overtimes, Bozen, Graz. Dann ist es weitergegangen im Finale gegen Wien. Hochintensive Spiele, wie es eben in der Playoff so ist. Und an diesen Shift kann ich mich noch gut erinnern, weil davor haben wir noch ein Unterzahl gehabt, wo wir wirklich sehr viel Kraft liegen haben lassen. Und jeder hat schon gedacht, geht sich das noch aus. Aber irgendwie war der Glaube so groß und so stark. Und Gott sei Dank hat dann Adam Comrie das entscheidende Tag geschossen. Und dann war die Erlösung einfach riesengroß. Diesen Moment der Erlösung mit Championship Winning Goals in Overtimes oder aber mit einfach dem Ablaufen der Spiele, das hast du in deiner Karriere dann mehrfach erlebt bei vielen Titeln. Gibt es da danach einen bestimmten Ablauf? Oder ist da erst einmal immer Leere gewesen? Wie muss man sich das vorstellen? Es fehlt einfach so viel Druck von den Schultern und der Kopf ist frei. Und Endorphine werden da ausgeschüttet. Da spürt man keine Müdigkeit, keine Schmerzen, nichts. Das Einzige, was du spürst, ist Freude, Erlösung, Leichtigkeit. Du umarmst jeden Spieler. Es ist eine Liebe direkt da. Egal ob es Trainer oder irgendwer da ist, du umarmst ihn und sagst Danke und freust dich, weil einfach die ganze Arbeit über das ganze Jahr belohnt wird mit dem entscheidenden Ding, für das jeder sich reinhaut das ganze Jahr und aufopfert die Meisterschaft. Und die gehört dann endlich uns. Und das wird dann mit Freude und teilweise auch Freudentränen gefeiert. Jetzt zappelt das Ding in den Maschen. Du stehst wie immer auf deiner rechten Herfohrposition. Wie sieht die erste Minute in dieser Jubeltraube aus? Einfach nur Arme, Beine, Schläger, Handschuhe überall? Ja, du befreist dich einmal von allen. Schläger, Handschuhe, Helm schmeißt du weg und suchst die Traube, wo alles zusammenkommt. Und in dem Fall war es eben beim Lars Haugen unten in der Ecke. Alles streben wir dorthin. Die Spieler von der Bank springen aufs Eis und sprinten in Richtung der Trauben. Und alles, was du siehst, umarmst du und druckst du und puzzelst ab. Und das ist einfach eine Freigabe der ganzen Emotionen. Ein wahnsinniges Gefühl einfach. Es ist natürlich im medialen Fach nie ganz so einfach, dann direkt danach diese Interviews auch zu führen, die man dann für die TV-Zuseherinnen und Zuseher natürlich braucht. Wie sehr liebst du diese Disziplin, der Instant Analysis, wenn du irgendwie aus dieser Emotion heraus dann irgendwie wegzogen wirst und dann auf, keine Ahnung, 70 Spiele zurückblicken musst? Das ist nicht einfach. Ich nehme mir dann immer drei, vier Sekunden, um mich zu sammeln und überlege kurz, jetzt muss ich was Cooles sagen oder was Angemessenes sagen. Aber die Zeit… Oder zumindest keinen Blödsinn, was die größere Herausforderung ist. Genau, genau so ist es, ja. Aber die Zeit vergeht einfach so schnell und in den ganzen Emotionen, was dir durch den Kopf gehen, da hast du keine Zeit zu überlegen. Du stellst dich einfach an und wartest auf die Frage und probierst dich so gut wie möglich zu beantworten. Und dann kommen Bilder hoch, währenddessen du sprichst, die wieder Emotionen freilegen. Einfach nur ein wunderschönes Gefühl. Und dass sich das Ganze ausgezahlt hat. Du kannst nur die Mannschaft loben, die Spieler loben, den Trainer loben, die ganzen Leute, die rund um ihn dumm mitgeholfen haben. Von Ärzten angefangen, Physios. Da ist so viel mehr, als nur wir Spieler am Eis, dass der Erfolg erreicht wird. Und die schießen dir dann noch deinen Kopf. Da kannst du das gar nicht in den Interview, in die paar Sätzen gleich direkt nach dem Spiel sagen. Jetzt gibt es auf zum Beispiel dem KAC-YouTube-Kanal sehr schöne Einblicke nach diesem Titelgewinn aus der Kabine. Petri Matikainans Ansprache, Adam Comrie darf dann das Puzzleteil quasi ausfüllen, das Meisterschaftspuzzle komplett machen. Wie sind dann die offensichtlich nicht mit Kamera dokumentierten nächsten Stunden abgelaufen? Ja, dann kommen alle Familienmitglieder in die Kabine. Und das ist dann natürlich wunderschön, wenn man mit denen gemeinsam in der Kabine, in der Ausrüstung sitzt, getränkt mit Schweiß, mit Bier, mit Champagner. In dem Fall auch schon, weil es eben richtig zugeht. Und sich bedanken kann. Und überall, wo man in der Kabine rumschaut, es sind nur lachende Gesichter. Und ja, Freudentränen. Jeder fällt sich um den Hals. Und dann mit der Familie in den Raum, wo Ansprachen sind das ganze Jahr. Die, wo es nicht schön sind, wo Sachen fallen, die unter die Haut gehen. Und dann plötzlich bist du am Ende der Saison in den Raum mit deinen Liebsten. Und der Trainer haltet dann so Ansprache. Wir haben es erreicht. Ich habe es euch immer gesagt, die harte Arbeit wird sich auszahlen. Ja, das ist dann einfach noch einmal der Punkt auf dem I. Jetzt ist es so, dass du viele Meisterschaften in deiner Karriere gefeiert hast. Du hast welche in Salzburg gefeiert, du hast welche in Klagenfurt gefeiert. Wie unterscheiden sich denn Meisterschaftsfeiern zwischen Salzburg und Klagenfurt? Das ist eine schwierige Frage. Es sind alle wunderschön. Die Zeit dann, wenn man auswärts gewinnt im Bus, dann geht natürlich ein Heimtrip von, ich komme noch hin, in Leibach, Meister in Linz, Meister mit Salzburg. Ja, laute Musik und Getränke und Anrufe und Live-Videos. Ein Wahnsinn einfach. Und man lässt noch als Spieler so die Saison Revue passieren, wo wir waren, was für eine Hindernisse wir überwinden haben müssen. Das ist auch was Besonderes. Wenn du zu Hause den Meister gewinnst, was mir mit Klagenfurt ja auch gelungen ist, in Salzburg genauso, dann ist natürlich die Zuschauer, die Halle ist pumpvoll. Die Leute überall springen sich an, kommen aufs Eis. Es ist natürlich besonders. Egal, mit was in der Mannschaft du den Meister gewinnst, mit Salzburg, Klagenfurt oder mit einer anderen Mannschaft. Es ist immer ein unbeschreibendes Gefühl und das sind Momente, die kein Sportler niemals vergessen wird. Wann ist es an jenem 24. April, beziehungsweise dann schon 25. April, dann ins Bett gegangen? Um halb. Um halb. Okay. Keine spezifische Uhrzeit. Das lassen wir mal so stehen in der Annahme, dass es ein bisschen länger geworden ist als halb zwölf oder halb eins. Soll aber auch so sein. Wir kommen zu dieser Saison 2018, 2019 sicherlich noch einmal zurück. Ich würde jetzt das Rad der Zeit ein wenig zurückdrehen, nämlich zur Saison 2011, 2012. Da gab es vorher schon Kontroverse. Thomas Koch und der KAC stehen sie in Verbindung. Wie lange denn schon? Wie kam es dann dazu, dass du tatsächlich dort spielst? Das heben wir uns für eine spätere Episode auf. Faktum, September 2011. Der verlorene Sohn, wie es damals vielfach hieß, kehrt nach Klagenfurt zurück. Nach zwei Jahren in Schweden, nach einer halben Dekade bei Red Bull Salzburg. Wie war dieser Sommer? Wie war dieser September 2011 für dich? Ich muss ganz ehrlich sagen, es war nicht leicht. Jeder kennt die Vorgeschichte. Ich habe im siebten Spiel im Finale das Tor für Red Bull Salzburg geschossen zum Meistertitel. Gegen den KAC. Und ein paar Tage später komme ich in die Stadt, die Zweiter geworden ist im Finale. Wegen mir, unter Anführungszeichen. Also da waren schon viele Leute, die mir das übel genommen haben. Und das habe ich natürlich beim ersten Treffen oder beim ersten Sehen gespürt. Aber im Laufe der Zeit ist es immer abgeschwächt. Und dann hat es eben geheißen, aber jetzt bist du da, den nächsten Titel holst du mit dem KAC. Und das war eigentlich der Ansporn für mich, dass ich zeigen wollte, dass ich den nächsten Titel mit dem KAC hole. Und das war eine Motivation genug für mich, dass ich dann nach Klagenfurt komme, in meine Heimatstadt, zu meinen Freunden und das Gleiche mit dem KAC erreichen wollte. Dieser Druck, wie gehst du damit um? In Klagenfurt die Erwartungshaltung natürlich immer so hoch, dass alles außer dem Titel eigentlich eine Enttäuschung ist. Wie bereitest du dich auch mental auf sowas, auf sowas Innovierendes, auf sowas Zehrendes auch vor? Ja, Druck in Klagenfurt, mit dem wird man schon ganz früh konfrontiert. Weil, wie du sagst, KAC ist, hat eine lange Historie und es fängt schon im Jugendalter an. Man will Meister werden in jeder Altersgruppe und dann in der Kampfmannschaft, es erwartet dir deinen Meistertitel. Und der Druck ist riesengroß auf die Spieler und in meinem Fall war es auch riesengroß. Und das war eine sehr schwierige Saison für mich, das erste Jahr zurück in Klagenfurt. Die Erwartungen waren riesengroß. Und ja, wie bereitet man sich darauf vor? Man kann nur das Beste geben. Und ich bin einer, ich trainiere immer extra. Ich will mich top vorbereiten. Ich will alles dafür machen, damit ich erfolgreich bin. Auf- und Abseits des Eises will top vorbereitet sein, damit ich dann, falls es nicht klappen sollte, in den Spiegel schauen kann und sage, ich habe alles gegeben, ich habe alles getan und man kann nicht immer gewinnen. Aber wenn man verliert, muss man daraus lernen und das nächste Mal es besser machen. Dass du ein positiv getriebener bist, da werden wir im Laufe auch dieser Spezialserie noch des Öfteren darauf zu sprechen kommen. 2011, nur um das auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer einzuordnen, ist man mit Many B-Virus in die Saison gegangen mit dir als, ich nenne es jetzt mal, Big-Ticket-Free-Agent, der wieder zurück in die Heimat gelotst werden konnte. Nur spielerisch ist es vielleicht eine Saison gewesen, die nicht nach deinem Geschmack verlaufen ist. Es gab dort unter anderem die längste Cold-Streak in puncto Gold-Scoring. Du hast 20 Spiele von Mitte November bis Mitte Januar nicht getroffen. Das bei einem Mann, von dem man sich eigentlich Tore erwartet. Kannst du dich an diese Cold-Streak, an diese Phase noch erinnern? Ja, absolut. Es war eines der schlimmsten Phasen in meiner Karriere. In Klagenfurt kennt mich doch der ein oder andere. Ich bin tanken gegangen und auf einmal kommt der Mann aus der Tankstelle raus und sagt, hey Koch, wirst du auch mal wieder darschießen? Dann gehe ich einkaufen, fährt der Mann mit dem Einkaufswagel in den Wadl hinten ein und sagt, du wieso schießt du nicht mehr auf die Stange? Du musst dir ins Tor reinschießen. Und das waren halt Momente, die haben schon richtig wehgetan, weil ich dachte, ich gebe alles. Ich probiere wirklich alles und nun auch wieder darschießen und dem Klub somit helfen. Aber das war eine harte Zeit. Ja, aber ich muss sagen, in der harten Zeit war immer Familie und gute Freunde, enge Freunde, immer hinter mir und haben mir sehr viel geholfen und wieder aus diesem Sand rauszukommen. Und wenn man so einen Background hat, natürlich mit Familie und Freunden, ist es natürlich auch traugbar. Jetzt hast du die Familie angesprochen. Gibt es da spezifische Themen, mit denen du versuchst, dich abzulenken oder andere Arten und Weisen, mit denen du an sowas arbeitest, dass du, keine Ahnung, den Schläger zum Schamanen bringst und sagst, bitte schau dir den mal an? Ja, es gibt da einige Rituale, die sich angehäuft haben in der Karriere. Und die, ja, verfolgst du natürlich und wenn sie funktionieren, wiederholst du die immer wieder. Und ich bin auch so ein Typ. Unter anderem ist das auch etwas ganz Einfaches, die Mama macht einen ausgezeichneten Mama-Kuchen. Und am Tag vor dem Spiel Kaffee und Kuchen bei der Mama, mit Mama-Kuchen, das hat schon so oft funktioniert, das hat wirklich oft hingehaut. Und besonders bei Derbys, ja, war es fast eine hundertprozentige Trefferquote. Und das mache ich heute noch. Mama-Kuchen, Kaffee und Kuchen bei der Mama am Tag vor dem Derby wird auch heute noch gemacht. Kriegen auch andere was von dem Mama-Kuchen oder ist das Thomas Kochs Zaubertrank, so to speak? Ja, wenn irgendein anderer das mitmachen will, kann er gerne zu meiner Mama und zu mir kommen und zu meinem Elternhaus eben und diese Mama-Kuchen-Zauberei mitprobieren. Um nochmal auf diese Coldscoring-Streak zurückzukommen. November 2011, das letzte Tor, es dauert bis zum 24. Tag im neuen Jahr bis zum ersten Tor. Eignest du dich noch daran, wie der Knopf aufgegangen ist oder wird das von den vielen Dutzenden Toren, die du danach noch geschossen hast, eh schon wieder überlagert? Ganz ehrlich, an das kann ich mich nicht mehr erinnern. Das ist eine Phase, die ich hinter mich gelassen habe und ich kann mich auch nicht an das da erinnern, aber ich kenne mich, wenn ich das da geschossen habe, habe ich gedacht, so, jetzt ist der Knopf offen und arbeite gleich hart weiter wie vorher. Wir haben eingangs über Druck und Erwartungshaltungen gesprochen und dass das in Klagenfurt vielleicht auch manchmal unfairerweise höher ist, als das in anderen Eisergestätten dieses Landes der Fall ist. Einer, der diesen Druck und diese Erwartungshaltung dann auch zu spüren bekommen hat, das war Many V-Virus. Ich kann mich in dieser Saison noch gut erinnern, wie es immer wieder so war und im Klagenfurt der Blätterwald auch geraschelt hat, dass er angezählt wäre, dass es Verstimmungen gibt zwischen Vereinsführung und sportlicher Führung. Gab es einen Punkt, wo ihr als Spieler mitbekommen habt, da ist was im Busch? Ja, als Spieler bekommt man vieles mit und vor allem, wenn man Zeitungen liest, durch die Stadt läuft, jeder hat seine eigene Meinung, jeder passant was raus, man darf da nicht alles glauben, was geredet wird. Man muss da wirklich alles fokussiert besprechen in der Kabine. Das haben wir auch gemacht mit dem Many V-Virus, der war wirklich sehr professionell und wir haben ein Team gehabt, wo viel Erfahrung drinnen war und wir gewusst haben, was Sache ist und was Gerücht ist. Und deswegen kann man nur noch enger zusammenrücken in solchen Phasen. Wir haben gewusst, was die Wahrheit ist und was Schmeberdi ist und was von außen geimpft wird, was eben nicht der Wahrheit entspricht. Und deswegen haben wir uns immer an diesen Faden gehalten. Wenn etwas besprochen wird, wird es in der Kabine als Erster besprochen und dann kommt es erst an die Öffentlichkeit. Jetzt gab es am 12. Februar kurz vor Beginn der Playoffs dann tatsächlich den Wechsel von Many V-Virus zu Christian Weber bis dato oder eigentlich für den Jugendbereich beim KAC geholt worden, dann bei der Kampfmannschaft eingesetzt worden. Wie hast du diesen Wechsel miterlebt? Ja, es sind immer traurige Momente, wenn du durch dick und dünn gehst mit einem Trainer, der auch sehr erfolgreich war mit dem KAC und plötzlich verliert er seinen Job und muss Platz machen für einen anderen. Er hat sich verabschiedet bei jedem Spieler in der Kabine. Wir haben uns bedankt, aber wie es im Sport ist, es geht gleich wieder weiter. Der Christian Weber war da vor der Tür, ist reingekommen und hat gesagt, ich bin ein neuer Mann. Es tut mir leid, der Many ist jetzt weg, aber ich werde alles versuchen, mit euch erfolgreich zu sein. Was ist Christian Weber für ein Typ? Wie ging es dir mit ihm? Wir haben uns absolut gut verstanden. Er ist ein Schweizer, der akribisch und sehr hart arbeitet und auch weiß, von was er spricht. Er ist ein absoluter Eishockey-Professor und auch ein sehr guter Motivator. Wir haben vieles gemeinsam besprochen und unsere Ideen waren fast immer auf einer Wellenlänge. Und unser Verhältnis ist auch heute noch gut. Ab und zu haben wir noch Kontakt. Und er war und ist ein absoluter Top-Trainer. Es gab es in dieser Saison dann im Finale das Aufeinandertreffen mit einer Linzer Mannschaft, die wahrscheinlich die gesamte Saison über seine Magic Carpet Ride hatte. Ich kann mich noch erinnern, dass Rob Daum ausgegeben hatte, nie zwei Spiele in Serie zu verlieren. Ich glaube, das ist genau einmal passiert. Jeder Legionär eingeschlagen in den Playoffs, vielleicht eigentlich nur im Viertelfinale von Wien über sieben Spiele gefordert worden. Und dann im Finale gegen Klagenfurt, was dann letztlich eine relativ eindeutige Angelegenheit war mit 4 zu 1 für Linz. Gab es für dich in dieser Finalserie einen Punkt, wo du gedacht hast, verdammt, das ist nicht unser Jahr? Der Verlauf dieser Serie, ich glaube, wir haben das erste Spiel gewonnen und haben mir gedacht, vielleicht haben wir Linz am falschen Fuß erwischt und wenn die Serie schnell weitergeht, können wir da einen Vorsprung rausholen, dass wir vielleicht mental ein bisschen überhand gewinnen. Aber Linz hat einen Selbstvertrauen gehabt über das ganze Jahr, wie du sagst, die Ausländer haben eingeschlagen. Der Rob Daum ist ein Trainerfuchs, hat ein super Team zusammengestellt und dann plötzlich hat sich die Serie wieder 1-1, 2-1, 3-1 hinten. Und du hast ja schon gemerkt, die haben ein Selbstvertrauen, die haben dieses Mindset, da kann nichts anbrennen. Wir sind ja die Mannschaft, die den Ton angibt und das haben sie dann auch beeindruckend gezeigt im Finale. Und dann, ja, die Serie haben wir 4-1 verloren und da muss man auch fairerweise sagen, sie waren das ganze Jahr besser. Sie waren auch im Finale besser und haben sich den Meistertitel verdient und das muss man auch anerkennen. Hat dieses Mindset im Jahr 2011-2012 beim KAC vielleicht auch mit Trainerwechsel, viel Diskussionen, Unruhe in und rund um den Verein herum gefehlt? Es sind leichtere und schwierige Jahre, sage ich einmal. Dieses Jahr war es sicher schwieriger. Ein Trainerwechsel unter dem Jahr ist immer schwierig für die Spieler. Es kommt ein neuer Mann ans Ruder, der uns den Ton angibt. Alle Spieler müssen sich neu beweisen und in der kurzen Zeit, es sind viele Auf und Abs gewesen. Einige Verletzte in dem Jahr kann ich mich noch erinnern. Wir haben ja viele Ausländer abgegeben. Ich bin gekommen, die Last war vielleicht ein bisschen zu groß auf mich. Und der Christian Weber hat noch einmal alles rausgeholt aus der Mannschaft, hat uns bis ins Finale gebracht. Aber dann an einer Mannschaft wie in Linz zu scheitern, ja, die waren einfach die beste Mannschaft das ganze Jahr über. Jetzt wird Linz zu Hause Meister. Klagenfurt weiß dieses Jahr nicht. Es wird frühestens wieder im April des Folgejahres klappen. Was passiert bei dieser Busfahrt nach Hause? Wie muss man sich das vorstellen? Extrem niedergeschlagen. Die Gefühle, die in einem Sportler sind schwer zu beschreiben. Enttäuschung, Traurigkeit. Ja, die Saison ist aus. Man kann daran nichts mehr ändern. Man hat ein Jahr gekämpft bis zum Schluss und dann auf die letzten Meter so quasi abgebissen. Und man sitzt mit der Silbermedaille im Bus. Ich weiß es noch, die habe ich nicht einmal angeschaut. Die habe ich gleich in den Rucksack reingeschmissen und habe mir gedacht, ich hasse diese Farbe. Silber ist einfach eine scheiß Farbe. Und noch ganz kurz, du darfst auch scheiße hier im Podcast sagen. Das ist alles total okay. Ja, entschuldige. Ich fülle mich da einfach rein und ich kann mich noch erinnern, diese Medaille, die hängt nicht lange um meinen Hals. Weil einfach, du spielst um zu gewinnen und du wärst Zweiter und der Zweite ist der erste Verlierer. Und das ist einfach ein schreckliches Gefühl, wenn du so hart arbeitest und so weit kommst. Aber das Leben geht weiter. Und da vergeht eine Zeit, der Sommer kommt und da verspricht man sich halt eben selber, wenn du noch einmal die Chance kriegst, in eine Finale zu kommen und da etwas zu bewegen oder zu gewinnen, dann wirst du es ja nützen und musst noch mehr aus dir rausfallen. Ich habe einen deiner Weggefährten zu dieser Zeit gebeten, nicht nur das Ja der Rückkehr, sondern dann auch das Darauffolgende, das dann wesentlich positiver geendet ist, ein wenig zu beschreiben und seine Erinnerungen daran ein bisschen zu teilen, wird die jetzt im Podcast auch abspielen. Wir hören gemeinsam rein und plaudern dann ganz klein wenig drüber. Ich war gefühlt mit Erinnerung, als ich herausgefunden habe, dass wir Doggo auf unserer Team in Klagenfurt haben. Er hat unser Herz das Jahr vorher in Game 7 Overtime gebrochen, als er für den Red Bull spielte. So, to know that we were getting that quality of player to add to our group, I knew that he was going to be someone that could help push us over the edge to get to that championship. And sure enough, in his second year with us there, we were able to do that in 2012, 2013. And I look back at that season and how good he was with the line of Johnny Lammers and Jamie Lundmark. They put up huge numbers throughout the regular season and then into the playoffs they carried on. And our group was one that was, you know, long overdue in my mind to win a championship after three appearances. And obviously having Doggo there with us and his experience was what helped get us kind of over that hump to get that championship win. And I think looking back on that year, you see how Doggo was such a student of the game. He would always ask questions about what I was maybe doing for off ice training in the summer or on a day in practice where he thought I was doing something quite well. He would always question me. We sat beside each other in the dressing room. And to have him in choir, he was always looking to get better, even though he was one of the best players on our club. And I think the highlight in my mind of playing with him was just raising those championship trophies with him and him looking at me and saying, Spurge, let's go get these trophies. And then again at the parade, you know, he shared the stage with me to lift the trophy in front of all the fans. And that's the kind of guy he is. He's very unselfish. He doesn't want all the attention. And for him to include me in that, it's one of those memories that I'll have forever as part of my career. Das waren natürlich die Worte von Tyler Spurgeon, der im Jahr, wo du ihm das Herz gebrochen hast, wie er am Anfang gesagt hat, noch die legendäre TNT-Linie geänkelt hat. Aber er hat da auch neben viel berechtigtem Lob etwas ganz Spannendes gesagt. Diese Linie Koch-Landmark-Limers, war sie für dich auch retrospektiv gesehen vielleicht der Schlüssel zu diesem Titel 30, diesem lang ersehnten 30. Meistertitel des KAC? Ja, diese Linie war ausgezeichnet und sehr gut und wir waren erfolgreich und haben der Mannschaft viel helfen können. Aber trotzdem war es nur eine Linie von vier. Und die nächsten Reihen mit 100 Punkten, Herburger, Geier, Geiers, Spurgeon, Schofield, die waren genauso wichtig. Weil wenn der Lundi oder der Johnny Lemmers und ich ausgelassen haben, waren die immer zur Stelle. Auch im Finale gegen Wien. Wie die da gespielt haben, wo wir vielleicht ein bisschen einen Durchhänger gehabt haben, waren die da und haben die Kohlen aus dem Feuer geholt. Also wir waren ein Team. Über das Jahr gesehen macht das eine Mannschaft aus. Wenn einmal die Topreihe oder die Top-2-Reihen ein bisschen auslassen, dass andere in die Bresche springen. Und bei jedem Titel, den ich gewonnen habe, war immer irgendwo ein wichtiges Tor von einem dritten oder vierten Linie Spieler da, das den Unterschied ausgemacht hat. Wir haben vorher vom Big-Ticket-Free-Agent gesprochen. 11.12. Ohne Wenn und Aber warst du das in Klagenfurt. 12.13. Die Ankunft des Jamie Lundmark. KAC verpflichtet. Ein Mann eines Kalibers, eines Jamie Lundmarks. Deine Reaktion? Ich habe mich natürlich riesig gefreut. Ich habe gesehen, ein Rechtsschütze. Ich kann mich an die Zeiten erinnern mit dem Dieter Kalt im Powerplay, im Slot. Und da, wo ich das gelesen habe, habe ich schon gewusst, Jamie Lundmark, ein Sniper, den werde ich im Slot füttern, so lange, bis der da regierst und alles aus den Wolken geht. Und dann, ja, der erste Tag, wenn ich vergesse, der kommt an, schon in kompletter Top-Shape. Ich habe gesehen, wie er das Leib auszieht. Ich habe gesagt, jawohl, genau so einen brauchen wir. Einen Profi, der etwas screenen will. Und hoffentlich ist es auch ein guter Eishockey-Spieler. Und dann, kann ich mich noch erinnern, sind wir das erste Mal in Villach aufs Eis gegangen, noch so eine Gaudi-Partie. Und der kommt schon zu mir und sagt, hey, Tommy, wir sind ein circa weißes Leibler an. Und ich habe gesagt, ja, passt, gern. Schauen wir mal. Ja, und da ist schon da hingegangen. Die Chemie war da, der Johnny Lemmers genauso. Der hat auch drei Tore geschossen, der hat einen Torinstinkt und einen Tor-Richer, hat das zig Male bewiesen, auch in den anderen Klubs wo er gespielt hat. Aber der Lundi, der war einfach ein Top-Athlet. Der war ein Profi auf und abseits des Eises. Von dem hat man sich auch nichts abschauen können. Und deswegen ist er eine absolute Legende in Klagenfurt. Das gehört ein wenig angesprochen. Diese Chemie zwischen euch beiden hat relativ rasch gestimmt. Jetzt hast du in deiner Karriere in wahrscheinlich hunderten Sturmformationen und Linien gespielt und fallweise auch in der Verteidigung. Aber gibt es einen Punkt, und wenn ja, wann, wo du weißt, die Chemie zwischen uns passt? Na ja, man spult ja einige Trainingseinheiten runter. Und da kommen einfach Situationen, wo du hier und da, sagen wir mal, in Trouble bist, also in Problemen bist. Und du suchst einen Ausweg und dein Mitspieler steht genau richtig, wo du ihn brauchst. Und du denkst daran, Gott sei Dank war der da, dass der mir eine Option gegeben hat, wo ich den Bock hingeben kann. Oder wenn ich einen Fehler gemacht habe, dass der da war und mich gecovert hat, also ausgebessert hat. Und das siehst du dann bei jedem Training. Du trainierst 5 gegen 5, die Special Teams, Powerplay. Und da war der Lundi eigentlich einer, auf den hast du dich hundert Prozent verlassen können. Ich habe genau gewusst, der sprintet. Ich habe zu ihm gesagt, du kannst sprinten und im letzten Moment vor der blauen Linie, dass es Jocker abseits ist, kriegst du den Pass. Du brauchst nicht bremsen. Ich schieße die Scheiben nicht tief. Wenn ich die im Vollspeed am Flügel habe, weiß ich, das wäre deine Chance. Und dann hat er gesagt, ja passt. Und jedes Mal ist er im Vollsprint am rechten Flügel runtergegast. Und ich habe den einen Take-to-Take-Pass gegeben, direkt auf die Schaufel. Und eins gegen eins war der sowieso stark. Und dann mit seinem Schuss hat er sich durchgesetzt und hat wichtige, tolle Tore geschossen. Und dann hat sich das eben immer weiterentwickelt. Das ist wie ein Schneeballsystem. Wenn du den Schneeball anschubst und unten wirst du eine riesen Lawine. Und der Johnny auf der linken Seite, genauso als Linker, die haben nie einmal gebremst oder bremsen müssen. Weil sie genau gewusst haben, wenn da eine Lücke ist, ist es meine Aufgabe, dass die Scheiben aufs Plattel kommen und die machen dann was draus. Und so bildet man dann die Chemie. Und dann kommt da die blinden Pass, wo du warst im Powerplay, steht der im Slot schon schussbereit. Der haltet den Schläger schon so fest, dass da kommt nur eine Granate, wenn der den Pass richtig ansetzt. Und so war es zig Male und dann funktioniert das blind und die Chemie wird dann immer besser und steigert sich von Spiel zu Spiel. Einen richtigen Zeitpunkt kann man nicht sagen, weil das Trainingsspiele braucht, um diese Chemie aufzubauen. Jetzt hast du zwei so fantastische Flügel. Da ist das Center natürlich auch nicht auf der Nudelsuppen daher geschwommen gekommen, sondern muss halt physisch auch voll da sein. Wo würdest du sagen, war in deiner KAC-Zeit jetzt in der zweiten Ära der physische Zenit? Ist der immer noch vorhanden oder würdest du sagen, vielleicht genau das war die Saison, wo nicht nur körperlich, sondern auch vom Spielverständnis sich alles perfekt die Waage gehalten hat? Das ist extrem schwer zu sagen, weil die ganzen Methoden, Trainingsmethoden, Fitnessmethoden, Systeme, Spielsysteme, die ändern sich ja jedes Jahr und es kommt immer wieder was Neues. Natürlich muss das System an die Mannschaft zugeschnitten sein, ob du eine körperlich starke Mannschaft bist, eisläuferisch gut, ob du groß, eher klein bist, das muss alles abgewogen werden. Und deswegen ist jedes Jahr immer wieder eine neue Herausforderung. Aber für meinen physischen Zustand, ich probiere jedes Jahr immer ein Top-Fitnesslevel zu erreichen, weil das ist eigentlich der Grundstein für eine Saison, die halbwegs okay ist. Und ohne den Fitnesslevel kannst du nicht erfolgreich sein. Wenn du vorher angesprochen hast, dass auf Jamie Landmark immer Verlass war. Verlass war in der Saison natürlich auch darauf, dass es in Klagenfurt Gegenwind gibt, auch beim Trainer. Es gab im zweiten Jahr in Serie während der Saison einen Trainerwechsel. Christian Weber ist kurz nach Weihnachten den Cheftrainer-Job behalten können. Danach hat Christa Olsen übernommen. Trainerwechsel während der Saison schwierig. Vergleich mal die beiden Systeme und Arbeitsweisen. Weber, Christa Olsen. Christian Weber hat das Jahr begonnen und hat eigentlich ein striktes System reingebracht in die Truppen. Jeder war gewillt, dieses System auszuführen, hat es auch verfolgt. Aber irgendwie im Laufe des Jahres, in der Saison bis Weihnachten, war der KAC nicht dort, wo er gerne sein hätte wollen. Und dann werden die Stimmen immer lauter, das reicht nicht, das ist nicht gut genug. Wer weiß, was passiert dann in der Playoff. Wir brauchen einen besseren Mann am Ruder und vielleicht verlierst du noch ein Derby. Und dann werden diese Stimmen immer lauter. Und irgendwann ist der Druck so groß und die Stimmen so laut, dass dann Handlungen passieren. Und plötzlich wird der Christian Weber ausgetauscht, der eigentlich eine gute Arbeit gemacht hat. Wir waren im Rennen, im Playoff-Rennen oder auf Playoff-Kurs, sagen wir so. Und dann verlierst du vielleicht ein, zwei Spiele, drei Spiele hintereinander. Und das ist natürlich der Tod in so einer Phase. Vor der Playoff, es müssen Entscheidungen getroffen werden. Und dann kommt der Christa Olsen, ein Schwede, auch sehr viel Erfahrung. War selbst ein sehr guter Eishockey-Spieler, erfolgreicher Eishockey-Spieler. Und kommt zu uns ans Ruder. Und die Playoff steht vor der Tür. Und plötzlich heißt es, ja, wir haben jetzt einen Monat noch Zeit, bis die Playoff beginnt. Und in diesem Monat müssen wir ein Team formen, was eine Playoff-Serie gewinnen kann. Und in weiterer Folge auch noch die Meisterschaft. Ja, dann auttest du einmal durch und sagst so, in einem Monat das alles hinkriegen. Aber der Christa hat einen anderen Ansatz gehabt. Er hat mit diesen Motivationsgeschichten angefangen. Er hat uns nicht vor einem Spiel eingepeitscht und gesagt, wir müssen härter kämpfen und mehr checken. Er hat uns einfach eine Story erzählt von irgendeinem Langläufer, der was, keine Ahnung, der Stecken bricht. Und der einfach so einen einzelnen Willen gehabt hat und irgendwie das übers Ziel gebracht hat, dass er trotzdem gewonnen hat. Einfach so eine Motivationsgeschichten. Und die haben uns in der Phase eigentlich geholfen. Mental extrem. Und das hat uns eigentlich dann der andere Ansatz von Christa hat uns dann eigentlich in diese Formkurve gebracht. Und die haben wir dann halten können. Christa Olsen, der erste schwedische Trainer seit längerer Zeit in dieser Phase der Karriere für dich. Inwieweit war es von Vorteil, in Schweden gespielt zu haben, Schweden vermeintlich verstehen zu können mit Christa Olsen? Oder hat dein Schweden-Background da gar keinen Unterschied gemacht? Nein, eigentlich war das überhaupt komplett egal. Wir haben zwar ab und zu auf Schwedisch gewitzelt, aber die Karriere Sprache war Englisch und Deutsch. Und das war kein Unterschied, ob der Schwede ist oder Kanadier und ich Schwedisch kann oder einmal in Schweden gespielt habe. Das war eigentlich komplett egal. 2012, 2013 war keine ganz normale Saison. Das kann man in Klagenfurt wahrscheinlich zu jeder Spielzeit sagen, aber es war Lockout-Saison. Und auf einmal stehen NHL-Cracks überall in Klagenfurt. Ante Portos gab insgesamt drei mit Sengarnier, mit Tyler Myers und Andrew Colliano, der dann auch noch gekommen ist. Grüße übrigens an die Bubble in Dallas spielt, in Edmonton dementsprechend. Und er dort gerade zu Werke. Aber erzähl doch mal, hier NHL Lockout, es zeichnet sich ab. Die ersten ganz großen Kaliber werden vermutlich auch ihren Weg an den Wörthersee finden. Thomas Koch, wahrscheinlich am Transfer-Ticker gehockt oder hast du dich einfach überraschen lassen, wer hierher kommt? Ja, es war natürlich jeden Tag die Spannung. Du kommst in die Kabine, sitzt du schon der nächste NHL-Star drinnen und machst die Tür auf und plötzlich sitzt der Sam Gagne da. War natürlich riesig cool. Alle haben den beobachtet, wie er tut, wie er sich vorbereitet, wie er macht. Und dann, ja, jedes Training hast du den angeschaut. Und auch bei den Spielen hast du gesehen, die sind alle aus einem Grund oder wegen einem Grund in der NHL. Und die können gewisse Sachen wirklich sehr gut. Tyler Myers weiß noch jeder, ein riesiger Verteidiger. Eisläuferisch für diese Größe unglaublich gut. Und technisch genauso einen super Schuss. Also so sollte ein NHL-Verteidiger ausschauen. Und das war natürlich auch für alle anderen ein Zeichen, man muss sich da nach der Decke strecken. Wenn man einmal eine Chance in der Show haben will, sprich in der NHL, dann sind das die Limits und die Levels, die man erreichen muss, um dort eine Chance zu kriegen. Und es war ganz interessant. Gab es bei dir spezifisch etwas, was du da von diesen Dreien oder von einem dieser drei abschauen konntest, abschauen wolltest? Ja, immer Kleinigkeiten. Sam Gagne, der hat wirklich gute Penalty-Moves gehabt. Und die haben auch viel trainiert. Und da habe ich den einen oder anderen von ihm abgeschaut, weil er wirklich eine gute Hand hat. Gibt es einen spezifischen, weil Kleinigkeiten ist im Eishockey so ein geflügeltes Wort. Das hörst du immer und die Profis und Cracks sagen dann aber viel zu selten dazu, was genau solche Kleinigkeiten sind. Vielleicht kannst du einen Bewegungsablauf versuchen zu skizzieren. Ja, es war ein bisschen schwierig, weil er ein Rechter ist und ich ein Linker. Also er halte den Schläger rechts und links. Aber ich habe versucht, diesen Move mit diesem Backhand, also Vorhandschuss andeuten, mit der Backhand auf die Backhand ziehen und dann über den Schoner vom Daumen lupfen. Den hat er einfach perfekt können. Den hat er im Training zig Male gezeigt, wo wir schon gesagt haben, ja, jetzt muss der Daumen den Move ja bald kennen. Und wenn wir mit dem Daumen geredet haben, ja, ich kenne den Move, aber er hat ihn trotzdem reingehaut, weil er ihn einfach in Perfektion ausgeführt hat. Und das war eigentlich ein Move, der bleibt mir eigentlich in Erinnerung von ihm. Und ab und zu packe ich den raus. Das Goalie-Tandem müsste damals Kyodo-Swete gewesen sein. Wir werden wahrscheinlich alle Hände voll zu tun gehabt haben mit den Lockout-Stars. Der Lockout war ja dann irgendwann vorbei. Die Saison ist dann weitergegangen. Eigentlich eine Saison, die für dich statistisch auch wieder mehr als nur positiv war, nachdem 11-12 für deine Verhältnisse, muss man sagen, unterdurchschnittlich war. Der 26.10.2012 stich da ein ganz klein wenig heraus, weil es zwar ein Derby war, in dem du verloren hast, aber du hast zwei Derby-Tore gemacht zum ersten Mal seit damals über acht Jahren. Hat es da zweimal Google-Hub von der Mama gegeben oder war das damals noch kein Ritual? Ich glaube, da habe ich sogar zwei Stück gegessen. Nein. Es war sicher wieder ein Mama-Kuchen und Kaffee am Vortag, weil wir das immer beibehalten. Aber manchmal klappt es einfach besser. Und zwei Derby-Tore freut mich natürlich, aber wir haben verloren. Deswegen waren nur noch ein oder zwei Tore zu wenig. Das sind im Jahr in allen sechs Saison-Derbys gepunktet. Insgesamt neun Punkte als Ausbeute. Als Klagenfurter, der für den KRC spielt, freut einen, ein Scorer-Punkt gegen den VSV noch ein klein wenig mehr? Oder sind die alle gleich zu bewerten? Ich glaube, in einem Derby geht es nicht um Scorer-Punkte, da geht es um Siege. Ganz Kärnten steht Kopf, wenn ein Derby abgeht und da wirst du nur gewinnen. Egal, ob du ein Tor schießt oder einen Assist machst oder was auch immer. Du wirst am Ende als Sieger auf den Eis gehen. Und das ist heute noch so. Und da kommt ein ganz klein wenig der Vorarlberger in mir raus, wenn ich ein Derby sage. Es ist natürlich das Kärntner Derby. Nicht, dass ich dich da mit in die sprachlichen Niederungen von mir runterzehe. Aber wenn das Derby vielleicht noch das ein oder andere Mal bei mir kommen sollte, bitte ich das zu verzeihen. Es gibt noch ein ganz anderes spannendes Datum in dieser Saison, nämlich den 20. Jänner 2013. Das war am Papier ein sehr eindeutiger 8 zu 1 Sieg gegen Feherwa. Kannst du dir vorstellen, warum ich dieses Datum raussuchen habe lassen? Ich habe wirklich keine Ahnung, was auf dem Tag los war. Ein gewisser Thomas Koch hat in diesem Spiel ein Tor und sage und schreibe fünf Assists produziert. Das ist in der Liga dein einziges Sechspunkt-Spiel gewesen. Kann man mal so stehen lassen. Das bedeutet, das hast du jetzt nicht direkt in Erinnerung gehabt, aber so ganz generell zahlenbasierte Leistungen, wie wichtig sind die für dich? Die sind einfach nur, was rauskommt, wenn man hart arbeitet, glaube ich. Und egal wie viele Zahlen, was da für eine Zahlen jetzt nach meinem Namen stehen. Spoiler Alert, es kommen noch relativ viele. Ja, diese Zahlen bedeuten für mich eigentlich im Moment wenig. Wenn einmal meine Karriere vorbei ist, dann hole ich die ganzen Statistiken aus und schaue nach, wie ich da getan habe und was alles war. Wichtig sind für mich die Erfolge mit der Mannschaft. Die Meistertitel, Kontinentalkup, Salut-Turnier, Siege mit der Nationalmannschaft. Diese Erfolge, das ist das, was bleibt. Wie du da durch dick und dünn gegangen bist, Hürden überwunden hast als Team. Das sind die Sachen, an die ich mich gerne erinnere. Wie viele Tore ich geschossen habe in einer Saison, wie viele Punkte ich gemacht habe insgesamt. Ja, natürlich schaut man am Ende der Saison mal drauf und sagt, ja, okay, ich war da und da dabei und habe so und so viel beisteuern können. Aber das steht bei mir nicht im Vordergrund und das war nie so der Fall. In der Saison hast du sagen, ganz klein wenig zum ersten Mal seit längerer Zeit oder seit langer Zeit mit Verletzungen und generell Blessuren zu tun gehabt. Es gab eine fünf Spiele währende Verletzung am Oberkörper. Du hast insgesamt in dieser Saison elf Spiele versäumt, so viel wie noch in keiner Saison davor. War das vielleicht so ein Punkt, wo du gedacht hast, ach, jetzt läuft es zwar sportlich, aber der Körper versagt? Tja, Verletzungen gehören leider dazu und vor allem, wenn es gut läuft und du dich dann verletzt und dann eben, weil du nicht fit bist oder verletzt bist, nicht mithelfen kannst, ist es natürlich doppelt schwer. Aber selbst dann, du musst es nehmen, so wie es kommt. Im Leben kommen Dinge auf dich zu, die musst du nehmen, wie es kommt. Die kannst du nicht verändern und du kannst nur aus der Situation das Beste daraus machen. Und ich weiß noch, weil wir gerade vorher über Spurgy geredet haben, der war auch sehr viel verletzt. Und dann habe ich mit ihm auch geredet und gesagt, okay, Spurgy, du warst damals der fitteste Euler. Das heißt, bei den Tests war der der fitteste von allen Prospekts, die etwas tun waren. Wie trainierst du? Was kann ich jetzt machen? Ich habe eine Oberkörperverletzung. Wie kann ich mich woanders verbessern? Und das war immer mein Ziel und habe auch in meiner Karriere Spieler gesehen, die richtige Fahrzeugeathleten waren. Wenn sie bei der Hand etwas gehabt haben, ist alles andere trainiert worden. Beine, Ausdauer, Rumpf, weil eben nur die Hand verletzt ist, unter Anführungszeichen. Und so habe ich probiert, das Positive darin zu sehen und habe mir gedacht, okay, die Hand ist verletzt, aber alles andere ist ja intakt. Und vielleicht ist das eine Chance für mich, dass ich meine Beine stärker mache oder meinen Rücken. Und habe auch mit Spurgy über das viel geredet und das hat mich dann motiviert, noch mehr motiviert, dass ich in anderen Sachen noch stärker wäre. Und wenn ich zurückkomme wieder aufs Eis steige, dass ich da auch einen Unterschied ausmachen kann, weil ich mich in Sachen verbessert habe, in denen ich mich nie verbessert hätte, wenn ich immer gespült hätte und fit gewesen wäre. Die Elf Spiele, die du verpasst hattest, da gab es sieben KAC-Niederlagen. Wie muss man sich gerade in solchen Phasen dann auch Thomas Koch auf der vermutlich Tribüne vorstellen? Zähneknirschend? Ja, ein grausliches Gefühl. Ich weiß noch, ich bin da oben gesessen in den Glaskessel und habe runtergeschaut und habe geschwitzt, als wie wenn ich am Eis gewesen wäre, weil du einfach nicht mithelfen kannst und deine Teamkameraden unterstützen willst. Aber es hilft nichts. Du kannst nur runtergehen nach dem Spiel und die Jungs wieder aufbauen und für sie da sein und das Positive hervorzustreichen und versuchen, wieder positive Energie reinzubringen. Wenn du ja schon aktiv nicht am Eis mithelfen kannst, kannst du wenigstens so zeigen, dass du da bist und hilfst. Und ja, wenn es nur Kleinigkeiten sind, was zum Trinken bringen, ein Handtuch zum Schweißabtrocknen oder irgendwas. Und die Zeit ist nicht leicht, wenn man Sportler ist und da zuschauen muss und nicht aktiv eingreifen kann. Jeder, der aber schon mal verletzt war und so eine Phase durchgemacht hat, weiß, dass das keine angenehme Zeit ist. Die Saison 2012, 2013 eine bewegte Lockout-Cracks bedeutet, heimische Cracks müssen abgemeldet, rund gestellt werden, Trainerwechsel, Mannschaft muss neu motiviert werden, super Imports, aber ist Humor. Trotzdem, in den Playoffs gibt es den Wechsel auf der Torhüterposition und dann übernimmt ein Rene Swette. Fühl mich mal durch den Moment des Goalie-Wechsels, was in dir vorgegangen ist und dann vielleicht auch die ersten Spiele, wo Swette damals 2013 im Frühjahr übernommen hatte. Ja, der Andy Chiodo war der Starter-Tormann, sozusagen die Nummer eins und der Rene Swette sein Backup. Andy Chiodo war ein spitzen Tormann, extrem ehrgeizig, immer motiviert, ist am Eis noch länger geblieben, hat extra Schichten eingelegt, hat alles auch für den Erfolg getan. Und der Rene, wir kennen ihn alle, ein talentierter Tormann, damals noch ganz schön jung gewesen, dass jemals einer gesagt hätte, der spielt den Chiodo außer in einer Playoffserie und spielt dann einen Monat lang unglaubliches Torwart-Eishockey. Aber wie es so oft ist in einer Playoffserie und in einer Playoffs-Zeit, es kommen andere Spieler ans Tageslicht, die plötzlich ihre Chance kriegen und sie nützen. Und der Rene Swette war einer von diesen Spielern und hat zu dieser Zeit seine Chance genützt und hat gezeigt, was in ihm steckt und ist in diesen Flow reingekommen. Das war eine Mischung aus Selbstvertrauen, Leichtigkeit. Der war nicht nervös, der hat eine Ruhe ausgestrahlt, die er vorher noch nie ausgestrahlt hat. Mit jedem Sieg sind seine Schultern größer und größer geworden. Auch beim Training hat er gezeigt, ich bin da und ich bin locker, ich habe Selbstvertrauen und das nächste Spiel kann ruhig kommen. Ich halte hinten den Laden Licht quasi für euch. Gabst du dich einen Moment, einen Spezifischen, wo du gedacht hast, oh boy, he is here to stay? Ja, den hat es oft gegeben. Und er hat einige Big Saves gemacht und die Euphorie, die Energie, die er der Mannschaft gegeben hat mit diesen Saves war ein Wahnsinn. Und dann merkst du schon als Spieler schon langsam, wenn der hot bleibt als Dormann, dann besteht die Chance, dass wir wirklich weit gehen können in dieser Playoff-Zeit. Und auch der Andy Chiodo, wo er nicht gespielt hat, hat er den René unterstützt und hat für ihn eigentlich alles gemacht, damit er sich gut fühlt und hat ihn unterstützt, was wirklich ein sehr professionelles Auftreten war. Und genau das sind Momente, wo einer den Anserplatz verliert und eigentlich anderer sein übernimmt. Der könnte genauso beleidigt gewesen sein und sagen, ich spiele nicht, jetzt spielt der statt mir. Und da wachsen Spieler eigentlich über sich hinaus, was ich riesig respektiere, wenn die dann einen anderen unterstützen, indem wir es ihm machen und sagen, hey, wie kann ich dir helfen? Super und mit ihm geredet und und und. Und eben das Ego hinter die Mannschaft gestellt. Und das war auch mit ein Grund, warum der René so gut war. Es gab ja vorher schon diesen Narrativ und natürlich springen Medien auf sowas ganz gerne an, weil es komplexe Sachverhalte sehr stark vereinfacht. Dieser Narrativ bei Andy Chiodo war, dass er nicht Championship-Winning-Gaulie-Material ist, weil er es 10-11 knapp nicht geschafft hatte, 11-12 logischerweise auch wieder eine Finalserie verloren. Ist dieser Narrativ zu Recht oder zu Unrecht entstanden? Absolut zu Unrecht. Für mich ist er einfach ein Gewinnertyp. Er ist ehrgeizig, hat große Spiele schon gewonnen für den KAC, hat immer seine Leistung abgerufen. Aber er ist einfach auch nur ein Mensch, so wie wir alle. Und ja, manchmal läuft es einfach nicht und manchmal muss man da klein beigeben. Aber er ist ein Winner. Er hat ein Championship geholfen mit dem KAC und er hat die Mireille zuhause und hat die Goldene. Und somit ist er ein Sieger, weil er Teil dieser Mannschaft war und wir gewinnen nur gemeinsam. Jetzt war Graz der Auftakt. In dieser Serie gab es den Goalie-Wechsel. Rene Swette spielt sich und den KAC damit in einen Rausch. Und im Finale wartet Wien. Es kam, so viel ist vorweggenommen, zum Sweep in der Finalserie. Aber Sweeps sind ja nie ganz so eindeutig, wie es dann manchmal auch suggeriert wird. Gab es in dieser Serie gegen Wien für dich einen Knackpunkt oder mehrere Knackpunkte? In einer Finalserie kann immer alles passieren. Deswegen kann man nie sagen, jetzt war das entscheidende Spiel. Jetzt haben die verloren, jetzt geben die auf. Das gibt es ganz, ganz, ganz selten. Und das in einem Finale gibt es schon gar nicht. Deswegen kann ich wirklich nie sagen, dass es da irgendwann einmal eine Zeit gegeben hat, wo wir gesagt haben, jetzt können die Wiener aufgeben. Spiel 3 war, wenn ich mich recht entzinne, sogar ein Shutout, wo Rene Swette den Wienern den Zahn gezogen hat. Da gab es eine Episode im Penalty-Kill, wo Tyler Spurgeon in 5 gegen 3 unter Zahl quasi die Speerspitze mimt und alles wegblockt. Ich glaube mittlerweile schon minutenlang ohne Schläger. Alles wegblockt, was geht und dann mit zerrissenem Jersey in Richtung Bank fährt. Das ist mir sehr, sehr stark in Erinnerung geblieben. Kannst du dich an diese Episode erinnern? Absolut. Das sind spielentscheidende Sachen, die aber in keiner Zeitung oder irgendwo stehen. Aber für uns Spieler, wenn du auf der Bank stehst und zitterst und du in Unterzahl bist und da nur drei draußen stehen und der Erste die Schüsse blockt von der blauen Linie und schon keinen Schläger in meiner Hand hat und sich noch immer reinschmeißt und schmerzverzerrt sich in den nächsten Schuss reinschmeißt, dann weißt du, der gibt alles für einen Erfolg. Und das lässt du dir dann nicht noch einmal zeigen, weil du willst sagen, wenn der das macht, dann mache ich das auch. Und da sehen dann 20 Leute auf der Bank mit dem Trainer und alle gemeinsam. Das bringt fast mehr manchmal als ein Tor. Was sagst du, oder gab es nach diesem Spiel spezifisch das One-on-One Thomas Koch, der Teil des Bölkens sagt, super gemacht oder einfach Kopf runter und schon wieder Fokus auf Spiel vier? Ja, natürlich sitzt du dann im Bus und sagst, hey Spergi, das, was du heute gemacht hast, das ist ein Wahnsinn. Und du hast den Respekt vor der ganzen Mannschaft. Bitte bring das wieder. Dann haben wir eine Chance. Dann können wir wirklich unser großes Ziel erreichen. Und jeder hat das gesehen und jeder schätzt das Wert, wie du dich reinhaust. Das hörst du natürlich gerne als Spieler und das ist auch die Wahrheit. Und das ist dann doppelt motivierend. Wie ist es zu interpretieren, dass der KAC Wien in vier Spielen sweept und den dreißigsten Titel zu holen und Thomas Koch seine einzige punktelose Finalserie absolviert? Ja, cool. Ein 4-0 Sweep. Eine Finalserie dauert meistens immer länger. Aber dass es da ein Sweep war, 4 zu 0 gegen Wien, was ja auch eine Top-Mannschaft war, da brauche ich keine Punkte machen. Da ist es mir eigentlich komplett egal. Ich war froh, dass ich überhaupt spielen konnte, weil ich mir vorher ja die Rippen gebrochen habe und da mit gebrochenen Rippen gespielt habe. Und deswegen, je kürzer desto besser und ich war überglücklich, dass es nach vier Spielen vorbei war und wir die Mission 30 sozusagen erfüllt haben. Du hast 58 Spiele absolviert, 60 Punkte, 17 Tore. Nur ein einziger Doppelpack. Das bedeutet, die restlichen 15 Tore müssen ganz gut verteilt gewesen sein. Ist es dir so lieber oder findest du dann schon so Scoring in Bunches auch ganz nett? Ja, natürlich. Wenn es einmal läuft, habe ich auch nichts dagegen, wenn zwei, drei Tore einmal in ein Spiel kommen. Aber so der absolute Top-Sniper war ich eigentlich noch nie in meiner Karriere. Als Center will ich auch meine Defensivaufgaben erfüllen und hauptsächlich meine Flügel in Szene setzen. Aber wenn mir dann einmal ein Tore gelingt und in der Saison war es halt oft einzeln, dann freut es mich natürlich, wenn ich der Mannschaft helfen kann. Das konntest du eindrucksvoll tun. Es ging in Richtung Titel 30, den langer Sehnten für den KAC. Danach musste der KAC, musste Thomas Koch etwas darben. Das Ganze gleich nach einer kurzen Pause. Hockey O'clock bedankt sich bei MyVenture für die Unterstützung. Ein VW-California-Campingbus bietet neben maximalem Campingkomfort alles, was es für ein einzigartiges Abenteuer in der Natur braucht. Es ermöglicht jedem zum Wanderer im eigenen Land zu werden. Egal ob Sportler, Familie oder Entdecker. Abenteuerlos geweckt, aber kein eigener Camper wenn vorhanden? Dann bist du bei MyVenture genau richtig. Bei MyVenture kannst du dir den VW-California-Campingbus in unterschiedlichen Ausstattungsvarianten mieten. Die Campingvans überzeugen mit modernem Innendesign. Die ausgeklügelten Details der MyVenture-Campingbusse lassen keine Wünsche offen. MyVenture bietet auch die passende Camping-Zusatzausstattung an. Von der Hängematte über Bettwäsche, Kindersitze, E-Bike und Gepäckboxen bis zum Camping-WC. Alles kann aus einer Hand gebucht werden. Für alle Camping-Neulinge nimmt sich MyVenture besonders viel Zeit, um euch auf das ultimative Roadtrip-Erlebnis mit dem Camper-Van vorzubereiten. Dein California-Campingbus von MyVenture. Freiheit und Unabhängigkeit mit maximalem Komfort für dein individuelles Camping-Abenteuer. Stütz dich ins Abenteuer mit deinem VW-California-Campingbus von MyVenture. Alle Infos unter myventure.com Von den höchsten Höhen dann in ungekannte Tiefen, muss man sagen. Die Saison 2013, 2014 eine ganz besondere in deiner Karriere. Du kannst wahrscheinlich schon denken, worauf ich hinaus will. Oder nicht? Nein, natürlich. Das kann ich mich noch an dieses Jahr erinnern. Kein schönes Jahr. Ein sehr hartes Jahr für alle Katzler und Klagenfurter. Aber auch solche Jahre gehören dazu. Was ist passiert? Der KAC hat eigentlich undenkbar die Playoff-Qualifikation verpasst. In deiner illustren Karriere das einzige Mal, dass du nicht in den Playoffs in Österreich gestanden bist. Ende Februar ist es Anfang März. Und es ist kein Eishockey mehr zu spielen. Matthias Trattnig hat mal ein legendäres Interview gegeben. Zwei Jahre, glaube ich vorher, als das Salzburg passiert ist. Und gesagt, es ist noch Februar und wir spielen kein Eishockey mehr. Dann war völlig verdattert, völlig verständnislos. Wie ist es dir ergangen, als auf einmal die Aussicht da war, kein Eishockey mehr zu spielen? Und es ist noch so früh im Jahr. Ja, ganz genau so. Die Playoff-Zeit ist die coolste Zeit, die du als Eishockey-Spieler hast im Jahr. Du kämpfst die Monate davor, damit du in die Playoff kommst. Und dann erreichst du dieses erste große Ziel nicht und sitzt im Februar da und denkst dir, so, die Sachen hängen auf und jetzt gibt es einmal kein Eishockey zur geilsten Zeit des Jahres. Und dann kommt der Sommer, bis das Eis wieder anfängt. Das ist eine lange Zeit und viel Zeit zum Nachdenken. Und das tut als Eishockey-Spieler extrem weh, wenn du da in der Playoff zuschauen musst, wenn die Hallen voll sind und du nur vor dem Fernseher sitzt und siehst, wie andere Teams sich da abrackern. Das war eine extrem schwierige Zeit. In der Vorsaison hast du insgesamt elf Spiele verpasst gehabt, aber in Anführungszeichen schön verteilt. 2013, 2014 hast du im Österreich Teil deiner Karriere sechs Spiele in Serie verpasst. Das ist die längste Verletzungspause oder die letzte bis dato längste Serie an aufeinanderfolgenden verpassten Spielen gewesen. Mit einer Schleimbeutel-Verletzung, dass sie da passen müssen. Wie war das für dich denn auf einmal so lange den Teamkollegen zusehen zu müssen? Extrem schwierig, weil ich eben davor Gott sei Dank nie verletzt war. Und wo dann der Dr. Bachler die Diagnose gemacht hat, den Schleimbeutel müssen wir rausnehmen. Und die wäre 14 Tage versäumt. Für Leute, die jetzt anatomisch auf meinem Niveau sind, wo ist der Schleimbeutel und was macht das so schmerzhaft oder in dem Fall eine Entfernung notwendig? Der Schleimbeutel sitzt am linken Ellenbogen. Also dieser Schleimbeutel am linken Ellenbogen an der Hand. Und mir sind die Beine weggezogen worden und ich weiß noch, ich bin hingefallen, der Ellenbogen. Schoner ist verrutscht und habe einen Schmerz gespürt. Habe aber das Drittel noch fertig gespielt, komme in die Kabine, reiße mir den Ellenbogen, schütze ihn runter und denke mir, wieso ist denn der so rot? Da muss ich irgendwo bluten. Und dann biege ich die Hand so ab und schaue und plötzlich steht da so ein weißes Ding raus und schaut mich schon an. Und das war eben der Schleimbeutel. Und dadurch eben nach 10 Minuten fertig gespielt habe ich mit dem Drittel, war die Infektionsgefahr so groß. Und das hat mir auch der Dr. Bachler erklärt. Er könnte das zunehmen, aber wenn da eine Infektion reinkommt, dann haben wir ein Problem. Und deswegen ist es vernünftiger, dass ich gleich ins Krankenhaus fahre und meine Schleimbeutel rausnehmen lasse. Eine Saison, die zwar individuell für dich mit 16 Toren ganz okay war, aber das Mannschaftsziel, das Minimalziel, das Minimalziel in Klagenfurt ist eigentlich der Titel und nicht die Playoffqualifikation wie bei vielen anderen, aber völlig verkorkst, hat überhaupt nichts zusammengepasst. Jetzt hast du uns durch die Emotionen geführt am Saisonende. Aber wenn es denn so früh zu Ende geht, bist du dann jemand, der schon auch den Rest der Saison verfolgt oder versucht so weit wie möglich vom Sport wegzukommen? Ich habe es noch ein bisschen verfolgt, aber eher aus der Ferne, weil ich einfach nicht gerne zuschaue, wenn ich weiß, normal sollten wir da mit dem KC drinnen sein und jetzt die Spiele spielen. Ja, ich habe natürlich die Ergebnisse verfolgt, aber ich glaube in der ganzen Playoffserie haben wir vielleicht ein oder zwei Spiele angeschaut und das war es dann. Das bedeutet, wenn ich dich jetzt nach der durchaus legendären Finalserie Salzburg gegen Bozen, Teil 1 quasi, fragen würde, würdest du mir jetzt antworten, da war ich im Wald oder nicht vorm TV? Nein, ich glaube ich habe mir das letzte entscheidende Spiel angeschaut in Salzburg. Das kann ich mich noch erinnern, aber alles was davor passiert ist, ich glaube das wollte ich gar nicht sehen, weil einfach der Frust und der Ärger noch zu groß waren. Es gibt in diesem Spiel bei Salzburg gegen Bozen, Spiel 5, dass ja dann der HZB Südtirol in Salzburg gewann. In der Overtime noch dazu, nicht dass du da Spezialist dafür wärst, gibt es ein legendäres Bild, als nämlich vor dem Ebel-Pokal, damals noch nicht die Karl-Nedwig-Trophy, der österreichische Meisterpokal an Salzburg an viele deiner ehemaligen Weggefährten verliehen worden ist. und Matthias Stratnik den in Empfang nehmen musste. Du als Führungsspieler wirst du es auch gesehen haben. Was ist da durch den Kopf gegangen? Wie sehr leidet man da mit dem ohnehin schon begossenen Hund quasi mit, der jetzt im Moment der Niederlage dann erst recht noch diesen, ich nenne es jetzt mal, Silberpokal annehmen muss? Natürlich, das ist einfach, ja, diese Gefühle kann man nicht beschreiben, wenn man nicht selber am Eis war. Aber wenn man sich da reinversetzt, du verlierst dein Finale und dann bekommst du einen Pokal überreicht und der sagt, gratuliere, du bist der österreichische Meister, das passt einfach nicht zusammen. Und genau so war die Reaktion von Matthias Stratnik und jeder kann dann nachvollziehen, wenn du gewinnen willst und dann eine Finale verlierst und dann einen Pokal überreicht bekommst, den willst du gar nicht in die Höhe stemmen, weil du bist Zweiter geworden und ja, österreichischer Meister, aber du willst EBL-Meister werden und um das geht es und alles andere ist nebensächlich. Da muss man den Liga-Verantwortlichen in diesem Fall auch tributvollen. Spannend natürlich, dass es vorher nie jemand so durchdacht hatte, aber es ist seither nicht mehr vorgekommen, denn wenn es diese Konstellation gibt, dann wird der österreichische Meisterpokal etwas früher verliehen und das ist auch gut so. Die Saison 2013, 2014, ein dunkles Kapitel, muss man so sagen, in der KAC-Geschichte. War das für dich klar, dass mit der verpassten Playoff-Qualifikation auch der Kopf des Headcoaches fällig sein wird, fällig sein muss? Eigentlich schon, weil die Ansprüche in Klagenfurt sind sehr hoch und da müssen Veränderungen getroffen werden. Und unter anderem muss da ein neuer Trainer ans Ruder kommen. Wenn man die Playoff nicht erreicht, dann ist man so weit weg von dem Ziel gewesen, dass ein neuer Mann ans Ruder muss. Christa Olsen war der erste Trainer seit drei Jahren, der die Saison beginnen konnte in Klagenfurt und auch beenden konnte. Der Nachfolger war ein Tscheche namens Martin Slokal. Kannst du dich noch an deine erste Begegnung mit Martin Slokal erinnern? Ja, weiß ich noch. Im Sommer ist er gekommen. Wir sitzen in der Kabine. Er hat sich vorgestellt. Er hat ein Konzept. Das wird durchgezogen. Er weiß, das funktioniert. Alle tanzen an meiner Pfeife. Wir waren alle geschockt. Da hat es schon weichere Willkommensgespräche gegeben. Aber wir haben gesagt, okay, voriges Jahr ist das Ziel nicht erreicht worden. Heuer kommt einer, der ein richtiger Beitschenknaller ist, der uns schleifen wird. Weil es hat ja geheißen, wir haben nicht hart genug gearbeitet, dass wir das Ziel erreichen. Und jetzt holen wir einen Mann, der wird euch zeigen und die Wadelfiere richten so quasi. Und genau so ein Typ war der. Und das hat er von ersten Tag an gezeigt. Er ist der Chef im Haus und er wird uns richtig schleifen, dass wir erfolgreich sein werden. Jetzt stelle mir so diese Spieler-Trainer-Dynamik ein bisschen so wie ein Hund und ein Bäumchen vor. Du liest irgendwie dran und entscheidest dich dann, okay, hier wird hingepinkelt oder eben nicht. Wie ist dieser Richttest bei dir und dem Bäumchen namens Martin Slokal ausgefallen? Ja, mit gemischten Gefühlen kann man sagen. Es war nur eine Meinung, die etwas gezählt hat. Wir Spieler haben das alle nicht gekannt. Es war eigentlich immer mit Absprache des Trainers davor. Er hat nach unserer Meinung gefragt und dann hat man einen Weg gefunden. Auch die anderen Trainer davor haben deine Meinung angehört und haben das in ihre Entscheidung mit einbezogen. Aber bei Martin Slokal, da hat nur seine Meinung gezählt und alles andere war nichts wert. Und so ist es eben immer zu einem etwas bitteren Beigeschmack gewesen. Die Vorbereitung beginnt. Die Ergebnisse in der Vorbereitung sind ja jetzt oft nicht das Wichtigste. Viele Trainer predigen. Es geht um den Prozess. Man will auch bei Niederlagen eine Entwicklung sehen. Nur die Art und Weise der Niederlagen, auch wenn es Vorbereitung war und nicht immer jemand aus dem Team der Servus Hockey Night vor Ort war, gaben Anlass zu sagen, das wirkt nicht so gut, wie es in Klagenfurt sein muss, sein könnte. Wie war das bei euch in der Mannschaft? Genauso haben wir als Spieler uns auch gefühlt. Wir haben gedacht, jetzt kommt ein neuer Schwung. Wir sind in Top Shape. Wir haben wirklich sehr hart trainiert über den Sommer. Und plötzlich bleibt aber der Erfolg am Eis ein bisschen aus. Und das waren witzige Ansichten und witzige Trainingsmethoden, die nicht jeder Spieler so verstanden hat. Und dann haben wir gesagt, okay, aber wenn der Erfolg da ist und wir Spiele gewinnen mit dem System und mit dieser Art und Weise, dann nehmen wir das alles auf uns. Aber dem war nicht so. Wir haben Spiele verloren. Da haben wir wieder einmal eins gewonnen. Es war mehr ein Auf und ein Ab und eben mit gemischten Gefühlen sind wir da durch diese Vorbereitung gegangen und haben uns eigentlich wenig verbessert in dieser Zeit. Du hast die witzigen Übungen oder interessanten taktischen Schema da angesprochen, was war da so anders und was hat da dann vielleicht auch, nimm jetzt einfach mal deiner Stimme, für Stirnrunzeln gesorgt? Ja, wir haben die Jahre davor Trainer gehabt, da hat es geheißen, unter Scheibenbesitz, die erste Option vom Verteidiger. Du spielst einen Stürmer, den Pass nach vorne, in den Lauf, am besten direkt aufs Blatt, damit die den Pass verarbeiten können und dann Angriff starten können. Bei Martin war eben die erste Option ein Schlagschuss der Bande entlang, in der Eishockey-Fachsprache ein Rim. Und der Flügel hat diesen Pass, unter Anführungszeichen, ausgraben müssen dort mit den Eischungen stoppen irgendwie und den unter Kontrolle bringen. Und von dort war dann der Aufbau sozusagen getan für die Verteidiger. Und das war schon einmal das erste Stirnrunzeln von allen Stürmern und Verteidigern, weil da war eine gewisse Ungenauigkeit da. Der Stürmer hat seinen Buck immer schwer verarbeiten können. Es hat gedauert, bis wir von der Defensive in die Offensive schalten haben können. Und so hat sich das dann durchgezogen. Schussübungen, wo du nur einen Schlagschuss vor der blauen Linie machen musst dürfen. Dann machst du drei Schussübungen und schießt sechsmal einen Schlagschuss vor der blauen Linie, wo der Darmann ewig lang Zeit hat und der Schuss nie das Dorf findet. Als Stürmer brauchst du aber auch diese Momente, die du absperrst in deinem Kopf, wo du einmal runterfährst und dein Handgelenksschuss ins Kreizeck setzt. Das gibt dir Selbstvertrauen. Und da bist du dann wieder, du weißt, du triffst die Ecken und das brauchst du. Und bei solchen Trainings, das war einfach verstörend, wenn du jedes Mal nur einen Schlagschuss schießen darfst. Und zu der Zeit war auch der Lundmark in unserer Mannschaft und der ist schon halber durchgeraht. Der hat gesagt, Dago, wenn ich noch einmal einen Schlagschuss schießen muss, ich haue da die ganzen Schläge ab. Ich will einmal einen Handgelenksschuss schießen, so wie jeder andere Stürmer. Und was wir schon seit Jahren kennen, dass du eine Chance hast, das Tor zu schießen. Und das hat eben keiner von uns besser gemacht. Und das Resultat wissen wir dann eh alle. Ich komme dann nochmal ein bisschen spezifischer drauf. Es gab in dieser Zeit auch das Gerücht bzw. hat sich das dann in Berichten manifestiert. Jetzt habe ich natürlich die Chance, ein wenig in die Mannschaft reinzublicken, dass Martins Lukerl auch durchaus versucht hat, seinen Sohn Peter in die Mannschaft einzubauen. Und er spielerisch, so ging damals, die Geschichte nicht unbedingt mithalten konnte. Wie hast du diese Situation miterlebt? Ganz komisch, weil es das erste Mal war, dass ein Trainer seinen Sohn in die Mannschaft geholfen hat. Und um ehrlich zu sein, der Peter war richtig arm. Weil er hat jeden Tag richtigen Anschiss gekriegt von seinem Vater, der als Trainer war. Ja, man kennt eben diese Vorgangsweise von dem Ostblock so quasi, dass die wirklich streng und laut und viel schimpfen und schreien. Aber bei dem hat er noch einmal auf die Tuben gedruckt und hat noch einmal einen Schaufel extra dazugelegt mit Kritik und Schimpfe. Und da hat er uns schon leid getan. Und deswegen, das war für den Peter einfach auch keine leichte Zeit. Und Klagenfurt ist sowieso schon ein schwieriger Boden als Ausländer. Und dem war er einfach noch nicht gewachsen. Jetzt gab es da in der Kabine natürlich schon absolute Alphatiere. Du, Führungsspieler, Jamie Landmark, Führungsspieler. Thomas Pöck war, glaube ich, damals auch schon mit dabei. Also viel Führungsstärke, viel auch Vokalität im Sinne, dass man sich natürlich dann auch traut, was zu sagen. Gab es einen Punkt in dieser Vorbereitung, wo das Stimmungsbild sehr drastisch gekippt ist? Ich meine, es gab erste Anzeichen mit, das taktische Korsett ist ein ganz komisches, das wir aufgezwängt bekommen. Gab es einen Punkt, wo du glaubst, da hat der Trainer die Mannschaft verloren? Das ist schwer zu sagen, weil Vorbereitung ist Vorbereitung. Und du glaubst ja als Spieler, jetzt kommt noch was. Jetzt fängt die Saison an, da ist meistens noch eine Woche davor. Und jetzt kommt noch irgendwas, was den ganzen Brei zusammenmixt. Und dann kommt da eine harmonische Mannschaft raus und ein System, das funktioniert. Und auf den Punkt haben alle gewartet. Und das war aber die ganze Vorbereitung so und der Punkt ist nie gekommen. Und deswegen war dann der Saisonstart so quasi, puh, wenn wir da nicht die Mannschaft niederlaufen können, mit dem System und mit der Taktik, werden wir da nicht voll reisen. Und mit dem Gefühl sind wir eigentlich reingegangen und so hat es dann auch seinen Lauf genommen. Wir sind ein, zwei Wochen damals mit der Servus Hockey Night zu Gast in Klagenfurt gewesen. Für einen Pre-Season-Dreh kann mich noch an ein relativ bizarres Interview mit Martin Sluckall erinnern. Und einer Experteneinschätzung vom damaligen Servus Hockey Night-Experten Marc Brabant, der gemeint hat, wenn es ganz blöd läuft, dann muss, und ich mache das jetzt in meinem armseligen Kärntnerisch, da muss der Martin Sluckall nicht einmal die Winterrafen montieren. Und Marc Brabant hat recht behalten, wo der eine oder andere vielleicht gemeint hätte, naja gut, vier Monate wird das vielleicht maximal dauern, hat es tatsächlich nur vier Spiele gedauert. Und im Englischen gibt es die wunderbare Wendung, the wheels came off. Und das war tatsächlich im vierten Saisonspiel am 25. September der Fall. Ein 0 zu 9 gegen Linz. Rollen wir den Tag vielleicht einmal auf. Die ersten drei Saisonspiele sind absolviert, ein Sieg, zwei Niederlagen stehen zu Buche. Thomas Koch kommt an diesem Donnerstag in die Halle. Ein Vormittagstraining, so wie vor jedem Spiel, da war noch alles normal. Aber dann Matchvorbereitung, zwei Stunden vor dem Spiel, Ansprache vom Trainer. Und der sagt, Linz, die haben ein Trauma. Gegen die habe ich immer gewonnen als Trainer. Und die fürchten mich. Und heute ist ein Sieg 100 Prozent. Ich weiß, die haben Angst vor uns. Wir werden über die Trieber fahren heute. Und so gehen wir raus. Ihr braucht euch keine Sorgen machen. Den Sieg holen wir uns heute. Auf geht's. Und ich habe mir gedacht, okay, Selbstvertrauen passt. So sind wir aufs Eis gegangen. 1 Minute 45 gespielt, Brian Lebler. 5 Minuten 34 absolviert, Matthias Ibera. 5 Minuten 53 absolviert, na pardon, Brad Moran mit dem 1-0. Lebler noch 5 Minuten 34 mit dem 2-0. Und Matthias Ibera 5 Minuten 53-3-0. Es kommt zum Goalie-Wechsel. Deine Erinnerung an diese Episode? Ja, es schüttert natürlich. 3-0 hinten in der kurzen Zeit. Okay, es ist noch viel Eishockey zu spielen. Im Eishockey eine 3-0-Führung heißt gar nichts. Goalie-Wechsel. Jetzt kriegen wir noch einmal einen Energieschub. Es geht ein Ruck durch die Mannschaft. Wir probieren einmal alles und können vielleicht noch den einen oder anderen Treffer machen, bevor das erste Drittel aus ist. Wie war Martin Sluckerl auf der Bank? Auch vielleicht in diesem Spiel? Hat er dann versucht, aktiv zu coachen? Oder hat das dann irgendwann noch historisch hingenommen? Ja, natürlich hat es wie in der Fachsprache Shit gegeben auf der Bank. Es sind Leute zusammengepfiffen worden wegen Fehler, die dann zu Toren, Gegentoren resultiert haben. Die Schultern sind immer kleiner geworden, die Enttäuschung immer größer. Und es hat uns nicht wirklich geholfen in der Situation. Brian Lebler, 11 Minuten 58 absolviert 4-0. Matthias Iberger, 16 Minuten 10 absolviert 15-0. Nur um zu zeigen, es ist kein Zufall. Rob Heisey, 16 Minuten 34 absolviert 6-0. So eine Partie wird es wahrscheinlich nicht allzu oft geben. Ist das die höchste Niederlage deiner Karriere? Ich glaube, das ist wirklich die höchste Niederlage meiner Karriere gewesen. Und auf alle Fälle die höchste in Klangfort am heimischen Eis. Der KAC hat bis dato noch nie mehr als Gegentore in einem Drittel bekommen. Da waren es auf einmal 6. Am welchem Zeitpunkt war dir klar, das wird hier heute nicht nur nichts mehr, sondern das wird ein Debakel? Ja, wir haben einmal 6 Tore gekriegt in einem Drittel. Und 6-0 hinten ist gegen eine Linzer Mannschaft. Die haben schon dort gelacht auf der anderen Seite und haben schon gedacht, hey, heute ist Point Night. Heute kommt jeder einmal dran. War es natürlich nicht angenehm. Und ja, es sind noch 2 Drittel zu spülen. Und da wünsche ich dir als Spieler einfach nur, jetzt machen wir die Hitten dicht und schauen wir mal, dass das nicht in einem kompletten Debakel endet. Und probierst, so gut wie möglich zu verteidigen. Du kriegst auf einmal schon mal als 6-Torger ein Geschenk der Trainer, der die gesamte Vorbereitung schon unter Beschuss ist. Und eigentlich nie so wirklich aus dem Schlamm oder dem Shit, wie du es in der Fachsprache genannt hast, rauskommt, auch zu Saisonbeginn, geht mit der Mannschaft in diese erste Drittelpause. Was ist dort passiert? Er ist komplett ausgezuckt. Er ist in der Kabine herumgelaufen wie ein Rumpelstülzchen, hat um sich geschrien, hat Hektik reingebracht, hat probiert, das Spiel aufzurütteln, indem er sich angeschrien hat. Aber wenn man da in die Gesichter in der Kabine geschaut hat, da war einfach Totenstille und eiserne Mimik. Da war einfach kein Leben mehr da. Die Mannschaft war so quasi fast tot. Und den dann aufzuwecken bei einem 6-0 nach 20 Minuten war fast unmöglich. Andy Kosek, späterer Mitspieler, 28-14 absolviert, 7-0. Kosek zum zweiten bei Minute 38, 8-0. Und der Dolchstoß von Matthias Iberger mit seinem ersten und einzigen Liga-Hattrick im dritten Drittel. Am Ende prangt ein 0 zu 9 auf der Anzeigentafel. Du blickst hoch und was geht dir durch den Kopf? Katastrophe. Katastrophe und nochmal Katastrophe. Weil 0 zu 9 zu Hause verlieren, das ist ein Wahnsinn. Das geht auf keine Kuhhaut. Da war dann der Zeitpunkt da, wo wir gesagt haben, als Spieler, das geht nicht mehr so weiter. Jetzt ist das vierte Spiel gespielt in der Liga und es ist bei uns schon 5 vor 12. Wenn wir da jetzt nicht handeln und eine Lösung finden und den Wagen aus dem Dreck ziehen, dann wird es wieder eine Saison geben, wo Kana zufrieden ist. Matthias Lukerl hat damals Joe Reichel, wenn ich mich recht entsinne, zum Kapitän gemacht. Auch diese Entscheidung nicht ganz unumstritten gewesen. Wie hat sich der Johannes Reichel dort als Führungsspieler versucht zu etablieren und in dieser Kausa auch zu bewähren? Einerseits bekommst du vom Trainer großes Vertrauen ausgesprochen. Andererseits zeigt sich, dieser Trainer und alles was er mitbringt, das ist für dauerhaften Erfolg, gerade in Klagenfurt, sicher nicht der richtige Weg. Johannes hat sich im Sinne der Mannschaft gestellt und hat nach dem Spiel eine Ansprache hingehalten, dass es nicht zufriedenstellend ist, so wie wir arbeiten und auch was vom Trainerseite kommt. Wir sind da aufgemacht worden von der Linzer Mannschaft auf heimischem Eis. Das ist nicht der KAC, das ist nicht der Anspruch, das wollen wir alle nicht. Und er hat eigentlich für uns alle zu dem Zeitpunkt gesprochen und hat gesagt, dass das keine Zukunft haben wird, wenn das so weitergeht. Es kommt dann wahrscheinlich für viele in der Mannschaft durchaus erlösende Meldung. Martin Slughal und Gerald Reßmann sind nicht mehr Teil des KAC Trainerteams oder sind nicht mehr auf der Trainerbank. Deine Reaktion dazu? Ja, eigentlich erlösend. Ich weiß nicht, wie viel Einfluss der Gerald Reßmann da gehabt hat, aber Stughal war Head Coach und hauptsächlich seine Meinung hat gezählt und alles andere ist nicht zum Zug gekommen. Und er ist dann abgelöst worden. Für uns alle ein bisschen ein Durchatmen und haben gehofft, dass jetzt ein Mann kommt, der uns wieder auf Schiene bringt und den Erfolg nach Klangfeld bringt. Das war dann das Duo Melitzer für drei Spiele Interimistisch und Doug Mason. Jetzt war in dieser Mannschaft so viel Erfahrung da, dass ich als Außenstehender gesagt hätte, die kann sich wahrscheinlich eh selber coachen. Oder hätte es dort nur einen Mann gebraucht, der euch machen lässt? Oder war es schon gut, dann auch einen Mann eines Formats von Doug Mason zu bekommen? Doug Mason war absolut der richtige Mann für diese Zeit. Er hat wieder Struktur reingebracht, ein System, was jeder verfolgt hat, was jeder auch gewillt war zu spielen und mit seiner Erfahrung, was er gehabt hat über die Jahre, das ist ja schon ein erfolgreicher Trainer gewesen in den Jahren davor, hat er natürlich einige Veränderungen gemacht, die uns geholfen haben, wieder auf den richtigen Weg zu finden. Für dich war es ein holpriger Start in die Saison. Es hat noch nie in deiner Karriere in Österreich so lange gedauert, bis du zum ersten Mal anschreiben konntest. Das war erst im Saisonspiel 10 dann soweit. War vielleicht auch die holprige Vorbereitung, die Wirren der Eras Lokal, waren das Gründe dafür oder orderst du die woanders? Ja, es ist schwer zu sagen, aber ich will da keinen beschuldigen, warum ich kein Tor schießen kann. Das Spiel findet am Eis draußen statt. Wenn ich besser gewesen wäre, hätte ich es sicher früher angeschrieben. Deswegen, dass es zehn Spiele dauert, hätte ich mir auch nie gedacht oder nie gewünscht. Aber leider hat es eben so lange gedauert. Aber dem System nur die Schuld geben, das würde ich nicht machen. Absolutes Highlight in dieser Saison war aus ganz kärntner Sicht der Winter Classic im restlos ausverkauften Wörtersee-Stadion. Als klar war, es wird wieder ein Freiluftspiel geben. Als klar war, es wird auch mit KAC-Beteiligung bzw. deiner Wenigkeit stattfinden. Was waren so deine ersten Gedanken? Ja, cool, dass ich einmal dabei sein darf. Das Stadion ist riesengroß, viele Zuschauer werden dort sein, es wird ein Spektakel werden. Und riesige Vorfreude auf das ganze Event natürlich. Zwei Tage nach Neujahr war es dann soweit. Über 30.000 Menschen schauen sich das an. Das Spiel vom Niveau her okay und dann wird es von etwas völlig anderem überschattert. Der Eismeister bohrt zu tief und es sprudelt aus diesem Loch. Und es gibt eine riesige Überschwemmung. Niemand weiß genau, was zu tun ist. Wie war das bei euch unten am Eis? Ja, natürlich. Ich glaube, wir sind auf der Bank gesessen und plötzlich strömt es da grün aufs Eis. Und wir denken, was ist denn da los, was ist denn da passiert? Und auf einmal heißt es ja, der Eismeister hat ein Loch in die Kühlanlage gebohrt. Ja, ein Wahnsinn eigentlich, dass sowas passiert. Aber irgendwie haben wir mit der Situation umgehen müssen und das Beste draus machen. Ich hole für dich ein ganz klein wenig weiter aus mit der Saison oder mit der Situation umgehen müssen. Und das Beste draus machen war dann nämlich auch ganz klein wenig das Kalkül für uns am Ü-Wagen. Weil niemand wusste, was gemacht werden muss, was wie mit dieser Situation umzugehen ist. Und wir sind einfach drauf geblieben. Und es war im Endeffekt die mit Abstand beste Entscheidung, genau das zu tun. Die mit Abstand beste Entscheidung ist es sowieso, mit Thomas Koch ein langes Interview zu führen. Das geht gleich weiter nach einer kurzen Pause. Der Leitspruch von Hockey O'Clock ist simpel. Von einem Hockey-Fan für Hockey-Fans. Darum, habt ihr Fragen, Anregungen oder Wünsche für Hockey O'Clock mit Martin Pfanner jederzeit? Her damit! Hockey O'Clock 101 at gmail.com ist eure Anlaufstelle für all diese Dinge und noch viel mehr. Hockey O'Clock 101 at gmail.com Und sollte euch der Podcast gefallen, dann freue ich mich über eine positive Bewertung. Überall dort, wo ihr Hockey O'Clock hört. Zurück nach einer kleinen Pause, in der wir uns auch nochmal sammeln konnten. Thomas, vor der Pause gehört, dass weder die TV-Crew noch die Spieler wirklich wussten, wie mit dieser Operation am offenen Eis, wie es Basti Schwele, der Kommentator damals bezeichnet hatte, umzugehen ist. Wie war das dann nach dem Spiel? Ich glaube, das Spiel ist mit einem Philharer Sieg ausgegangen. Ist bei einem Event, wo das Spektakel so im Vordergrund steht für Außenstände wahrscheinlich zweitrangig, für dich natürlich nicht, aber wie war danach in der Kabine die Stimmung, die Atmosphäre? Inwieweit ist auch über diesen völlig verrückten Ereignisablauf gesprochen worden? Ja, natürlich war das Gesprächsthema Nummer eins. Die Niederlage kommt noch dazu, aber dann war natürlich sofort da, was ist denn da passiert? Wie kann sowas passieren? Wie gibt's, dass da ein Loch in die Kühlung reinkommt und dass da die Kühlflüssigkeit ausrinnt und dass wir da so lange warten müssen und die da operieren müssen am Eis vor 30.000 Zuschauern? Ein Riesenwirbel, ein Riesentheater, Fragen über Fragen, die keiner beantworten hat können. Und dann in den nächsten Tagen hat sich das eigentlich erst alles aufgelöst und warum und wieso, aber Gott sei Dank kann man das Spiel zu Ende spielen können. Wir sprechen immer wieder von turbulenten Jagen. Es ist in Klagenfurt in dieser Saison nach der verkorksten Vorsaison ohne Playoff-Teilnahme dann zwar wieder in die Playoffs gegangen, aber es gab dort dann im Halbfinale einen Sweep gegen Red Bull Salzburg. Viele auch deiner ehemaligen Weggefährten immer noch dort engagiert. Wie weh tut ein Sweep in den Playoffs generell und gegen Salzburg im Speziellen? 4 zu 0 eine Serie verlieren ist immer grauenhaft. Egal in was für einer Viertelfinale, Halbfinale oder Finale ist, ein 4 zu 0 in einer Playoffserie tut richtig weh. Aber wenn du gegen Teams triffst, die wirklich einen Lauf haben und eine ausgezeichnete Saison schon gespielt haben und keine Auf- und Obs gehabt haben und du als so quasi krisengeschüttelte Mannschaft die Playoff erreichst, die erste Runde kämpferisch überstehst und dann auf Salzburg triffst, die ein Top-Team sind und in voller Fahrt kommen und die dann 4 zu 0 sweepen, tut es natürlich doppelt weh, weil ich dort gespielt habe und natürlich selber gewinnen willst die Serie. Aber wenn du 4 zu 0 verlierst, dann ist es wirklich ein eindeutiges Zeichen, dass die andere Mannschaft besser war. Und da kannst du nur Respekt zahlen und gratulieren. Klagenfurt-Salzburg, das war zu deiner Salzburg-Zeit schon etwas Spezielles. Das ist zu deiner Klagenfurt-Zeit noch etwas Spezielleres geworden, weil auch im Folgejahr in der Spielzeit 2015, 2016 gegen Salzburg Endstation war. Dort schon im Viertelfinale, dort allerdings über sieben Spiele. Heißt, jetzt von außen betrachtet, dort war man näher dran. War dem auch wirklich so? Absolut. Wenn eine Serie ins siebte Spiel geht, dann haben beide Mannschaften so viel richtig gemacht und wirklich die Kleinigkeiten auch richtig gemacht, dass man so weit kommt und das siebte Spiel erzwingt. Und dann ist natürlich ein Spiel da, das entscheidet. Und auf dem Tag, zu der Zeit, entscheidet auch ein bisschen das Glück. Und wenn das nicht auf deiner Seite ist auf dem Tag, dann verlierst du das Spiel sieben. Und ja, es tut natürlich genauso, wenn man das siebte Spiel verliert. Weil viel Aufwand um nichts und du stehst am Ende mit leeren Händen da. Aber dann, wenn du einmal in ein siebtes Spiel kommen bist, dann kannst du da wenigstens noch ins Spiel schauen und sagen, okay, wir haben gekämpft, wir haben alles gegeben bis zum Schluss und das wollte einfach nicht sein. Wir haben in der Saison 11-12 begonnen mit Many V-Virus. Es ging über Christian Weber, über Christa Olson, über Martin Slukal, über Alexander Melitzer, interimistisch zu Doug Mason. Aber auch für den war dann ein knappes Jahr, nachdem man das Amt übernommen hat, Schluss. Warum dieses Trainerkarussell, wo man aus vielen anderen Sportarten doch eigentlich weiß und vorgezeigt bekommt, Kontinuität? Gerade auch auf der Trainerposition ist manchmal nicht so verkehrt. Das ist ganz schwierig in Klagenfurt. Man darf auch nicht vergessen, dass Klagenfurt eine Mannschaft ist, die wirklich auf Österreich schaut und viele junge Spieler ausbildet und ihnen auch die Chancen gibt. Und das schon über Jahre. Und ich komme noch hin, wo wir den Meister geholt haben in meinem zweiten Jahr und dann Ausländer reduziert haben. Wir haben gesagt, wir geben jungen Spielern eine Chance. Damals ist dazukommen der Tommy Böck und der Weinhandel im Tor. Wir beginnen mit zwei österreichischen Tormännern. Darin ist Wetter und der Weinhandel. Und junge Spieler haben ihre Chance bekommen, von Anfang an. Und wenn alles passt, dann kommen wir in die Playoffs und können überraschen. Und zu der Zeit waren auch einige Verletzungen dabei, die natürlich kein Trainer kompensieren können. Wenn du so viele Verletzte hast und wenn du dann, ja, es war es jede Situation, aber trotzdem verlierst du die Spiele. Und als Trainer kannst du dann fast nicht zaubern. Und zu der Zeit war das eben so. Wir haben vielen Jungen die Chance gegeben. Wir haben einige Verletzte gehabt. Und dann war der Erfolg einfach nicht so da. Und dadurch glaube ich auch, haben viele Trainer ihren Job verloren, weil einfach das Verletzungsbech wirklich gewütet hat in der Zeit. Doug Mason wird Ende November entlassen. Alexander Melitzer führt die Mannschaft durch die Saison, hat es mittlerweile auch im Ausland zu Headcoaching ehren geschafft. War das vielleicht vom Trainer-Typus her, Mason Melitzer, was es ja in der Vorsaison in umgekehrter Reihenfolge war mit Melitzer Interimistisch und Mason, waren das die richtigen Typen zur richtigen Zeit, um zumindest auf der Kommandobrücke ein wenig Ruhe in das Ganze reinzubringen? Aus der heutigen Sicht glaube ich schon. Der Alexander Melitzer war ein junger Trainer, kennt die Geschichte in Klagenfurt ganz gut, weil er seine ganze Jugendkarriere da verbracht hat und da in der Konfernschaft gespielt hat. Und der soll mit einem Wissen da reinkommen, wie es eben abläuft und wie das einfach ist. Doug Mason, ein Vorrenner, ruhiger Typ, mit sehr viel Eishockey-Wissen, sehr fair, auch menschlich, sehr in Ordnung. Und ich glaube, das haben wir Spieler schon gebraucht. Nach einem Trainer wie Stukal, dass da ein Trainer kommt, der auch die menschliche Komponente mit einbezieht. 15, 16, klein wenig kontrovers zu Ende gegangen für den KAC im Viertelfinale, wie schon angesprochen, gegen Galtpol Salzburg. Es geht über sieben Spiele, da gibt es die Geschichte rund um Jusso Rixmann und seinen Schläger, den er bei einem Penalty-Versuch fallen ließ, nicht fallen ließ. Wie hast du die Situation erlebt? Ja, natürlich bizarr eigentlich, wenn dem da der Schläger auskommt, wo jeder weiß von uns Spieler, dass das ganz, ganz, ganz selten passiert. Und ich glaube, dadurch hat er den Penalty gehalten beim Manuel Garnal. Und das ist natürlich doppelt bitter. Wenn du eh schon so kämpfst, dann kriegst du die Chance. Und dann ist so ein Vorfall, der, was auch noch gegen dich entschieden wird, da hast du dann das Gefühl, es läuft einfach nicht und alles läuft gegen dich oder gegen die Mannschaft. Und die Entscheidungen, die Kleinigkeiten, die fallen einfach nicht auf unsere Seite, sondern auf die andere. Und das Ganze haben wir dann einfach nicht kompensieren können irgendwie. Bist du dann auch jemand, der vielleicht einmal im Nachgang oder wenn dann ein wenig rasier wie die Sache gewachsen ist oder vielleicht auch direkt den Kontakt mit den Schiedsrichtern sucht, um mit ihnen dann darüber zu sprechen? Ja, natürlich als Kapitän damals in den Jahren davor hast du auch ab und zu Kontakt mit den Schiedsrichtern. Musst du auch haben. Du probierst, Respekt zu haben und den auch zu zeigen. Aber in den Emotionen, die bei einem Eishockey-Spiel ablaufen, da kannst du die manchmal nicht zurückhalten. Und in solchen Sachen, wo es um viel geht, du bist emotional ganz schön angespannt und auf 150 fällt das eine oder andere Wort, was nach dem Spielleben einem leid tut. Und da probiere ich mich halt einfach zurückzuhalten und versuchen, das Ganze sachlich zu sehen und fair zu analysieren. Aber ein Schiedsrichter hat genauso eine schwierige Aufgabe wie ein Spieler. Er muss entscheiden in hundertstel Sekunden und deswegen ist es kein leichter Job. Aber man muss sich eben immer weiterentwickeln und verbessern. Und das wünsche ich mir als Spieler, dass da beim Schiedsrichter in Zukunft ein bisschen lernen und vielleicht sich irgendwie weiterentwickeln, dass das Spiel gespielt werden kann und nicht beeinflusst wird von Schiedsrichterentscheidungen. Wir werden im Rahmen von Hockey-O'clock mit Martin Pfanner und dem Thomas-Koch-Spezial noch öfters auf kontroverse Schiedsrichterentscheidungen zu sprechen kommen. Vielleicht auch auf eine im Jahr 2011. Aber du kannst für dich eine Karriere nach der Karriere als Schiedsrichter ausschließen oder bist du dann so der Competitor, dass du sagst, ich will jetzt zeigen, dass ich auch das kann? Das kann ich versprechen. Schiedsrichter werde ich sicher keiner werden auf meiner Eishockey-Karriere. Das war sie heute schon. Da haben wir das immerhin schon mal festgehalten. Alexander Melitzer hat das Viertelfinale aus letztlich zu verantworten, wenngleich es sehr knapp ist. Gab es von deiner Seite Enttäuschung, dass mit ihm nicht weitergearbeitet wurde, denn es übernahm Mike Pellegrims? Zu der Zeit haben wir schon die Nachricht bekommen vom Vorstand und Alexander Melitzer genauso, dass er dieses Jahr fertig machen wird. Und in der Zeit wird auf Trainersuche gegangen. Und der Alexander Melitzer war junger Trainer, recht unerfahren noch. Er hat schon gute Arbeit im Jugendbereich geleistet. Aber für das Profigeschäft hat er auch noch viel dazulernen können und deswegen haben wir einen etwas erfahrenen Mann gebraucht, der schon mehr gesehen hat, auf der Trainerbank schon mehr Spiele gesehen und gecoacht hat. Und deswegen ist dann die Entscheidung auf Mike Pellegrims gefallen. Du hast es vorhin bei Martin Slokal angesprochen. Der KAC wollte nach der Ära Olsen einen Schleifer haben. Jetzt würde Mike Pellegrims ebenso in die Schleiferkategorie einordnen. Warum diese Suche, warum dieses Bedürfnis nach jemandem, der die Mannschaft offensichtlich auf Trab bringen soll? Ja, das weiß ich eigentlich selber nicht. Es gibt so viele Trainer, um den Markt zu sondieren und da den richtigen auszufinden, ist extrem schwierig. Und es kommen da so viele Namen zum Vorschein, wer dann der Richtige ist, warum und wieso entscheidet dann in letzter Sequenz eigentlich immer der Manager und der Vorstand. Und die werden sich schon etwas gedacht haben, warum er Mike Pellegrims. Vielleicht war er schon ein Spieler in Klagenfurt vorher und hat die Situation ein bisschen gekonnt und da ein bisschen einen Einblick gehabt in das Ganze. Und vielleicht deswegen ist er an den Trainerposten gekommen, egal ob er ein Schleifer wäre oder war oder ein anderer Trainer. Jetzt war das aber der Eindruck von außen. War er tatsächlich ein Schleifer? Er war einfach ein sehr geradliniger, harter Typ. Was er nicht war, war unfair. Er hat ja klipp und klar ins Gesicht gesagt, wie du bei ihm dran bist, was er von dir verlangt. Und wenn du das erfüllt hast, hast du das schönste Leben gehabt. Nur, das wollte er von dir jeden Tag. 100% und vielleicht noch mehr. Und wenn du das einen Tag, ein Training nicht gezeigt hast, ist er da sofort auf die Füße gestiegen und hat gesagt, hey, wenn du das nicht bringst, ist ein anderer auf deinem Platz. Also schau, dass du den Platz haltest und ich verlange von dir das. Brauchst du sowas oder bist du, was dein eigenes Motivationslevel anbelangt, eh so gepolt, dass du das automatisch machst? Ja, es ist jeder Spieler verschieden. Ich bin ein Typ, ich verlange von mir selber recht viel immer und probiere immer das Beste zu geben. Aber es gibt natürlich Tage, wo du einen quasi einstet brauchst. Und von dem habe ich auch von Mike Bellingham genug gekriegt. Aber es hat mich weitergebracht. Ich habe gemerkt, jeder Tag zählt und jeder Tag muss 100% kommen, sonst hast du den Platz in der Mannschaft nicht. Und das hat er bewiesen, indem er Leute sitzen hat lassen, wenn sie das nicht gemacht haben und sich aufgeopfert haben. Und so hat er alle an der Leine gehalten, sozusagen. Und es war ein richtiger Zunder dahinter. Jetzt war für meine Wenigkeit und die Zunft der Medienvertreter Mike Pellingham insofern spannend, als dass sie in Interviews, glaube ich, ähnlich viel Spaß bereitet haben wie unsereins eine Wurzelbehandlung. Ist das bei den Spielern dann auch Thema? Schaut man sich auch mal an, wie sich ein Trainer der Öffentlichkeit gegenüber präsentiert, wie er sich gibt? Oder zählt da tatsächlich nur das, was in der Kabine stattfindet? Auf gut Deutsch, wenn jemand zum Medienvertreter ein Arschloch ist, ist das Thema, wird das Thema interessiert oder ist einem das wurscht? Als Spieler bekommen es natürlich mit, wenn ein Trainer ein Interview gibt, wo so quasi ein bisschen die Fetzen fliegen oder es abweicht von der Norm, sagen wir mal so. Und natürlich wird darüber gewitzelt. Aber der Mike Pellegrims war für unsere Begriffe eher jemand, der was kurz und bündig war, sachlich und das war's. Also gewitzelt hat er nicht, aber er war einfach direkt und straight, so wie wir ihn erkennen. Will er auch nur entschärfen. Nicht, dass ich Mike Pellegrims für einen Arschloch halten würde, aber seine Art und Weise, Interviews zu geben, war in dem Fall dann schon auch spannend für uns in der Zusammenarbeit. Und nachdem ich in dieser Finalserie dann auch 2016, 2017 sehr viele Spiele am Ü-Wagen produzieren durfte beziehungsweise Sendungen leiten durfte, war es mein Anliegen, zu jedem einzelnen Spiel Mike Pellegrims zum Interview zu holen. Der arme Marc Brabant war damals der Leidtragende, der jedes Mal aufs Neue mit Mike Pellegrims Interviews führen musste, hat das bravourös erfüllt und Mike Pellegrims, immerhin Profi, hat zumindest immer was gesagt, wenngleich es gegen Ende sehr einsilbig geworden ist. Das bringt mich auch schon zu dieser Finalserie. Das Minimum in Klagenfurt, wir haben schon gesprochen, ist der Meistertitel, aber wenn es damit nicht klappt, dann zumindest das Finale und das hat er dann auch hingehaut. Diese Finalserie ist erneut mit einem Sweep zu Ende gegangen, erneut der KOC auf der falschen Seite des Sweeps gestanden. Deine Erinnerungen an eigentlich die Zaubersaison der Capitals? Ja, die haben eigentlich das ganze Jahr die Liga nominiert, jede Linie war gefährlich, alle haben Tore schießen können, eine Defensive, die nur vor Selbstvertrauen so gestrotzt hat, ein Tormann, der was ausgezeichnet war und dann noch einen Trainerfuchs an der Bande, der wirklich extrem gute Arbeit geleistet hat und die Mannschaft so in den Griff gehabt hat, dass es da nie Ausreißer waren und nie eine Lockerheit reingekommen ist, im Sinne von lässig, cool und so sind sie aufgetreten auch. Und das haben wir im Finale zu spüren bekommen und egal was wir versucht haben, angewendet haben, wie sind wir da nicht durchgekommen, dass das Bollwerk Capitals in dem Jahr und die waren auch zu Recht Meister. Ein Datum möchte ich mit dir besprechen, das ist der 2. April 2017 gewesen. Der KAC bekommt das erste Finalspiel auf heimischem Eis, es ist Finale Spiel 2. Das ist für uns ja eines der verrücktesten Finalspiele gewesen, die wir jemals produzieren und den Zuseherinnen und Zuseher liefern durften. Kannst du dich noch daran erinnern? Nicht ganz genau, da musst du mir ein bisschen auf die Springer helfen, bitte. Klagenfurt war eventuell sehr deutlich vorne und es roch nach einem Ausgleich in der Serie, bis dann Wien kurz vor Schluss von 4-1 auf 4-4 zurückgekommen ist, um dann in der Overtime mit einem 5-4 als Sieger vom Eis zu gehen. Das wundert mich jetzt nicht, dass ich das verdrängt habe, weil... Aber passiert das wirklich, dass man solche traumatischen Erlebnisse dann versucht, zu verdrängen? Ja, also das wirst du einfach nicht in deinem Kopf haben. Du löscht das natürlich, jetzt wo du mir das erklärst und weiterkommst und erzählst. Ich weiß noch, da waren wir vorne und da habe ich gedacht, so, jetzt haben wir die Serie auf 1-1 gestellt, die letzten paar Minuten lassen wir nichts mehr anbrennen und plötzlich läuft alles schief und die Scheiben springt und Wien macht den Ausgleich und schlagt uns dann auch noch. Das war ein richtiger Watschen und deswegen wirst du so ein Spiel einfach aus dem Kopf drängen. Nimmt man sich dann später aus solchen Spielen her, wenn gleich aus dem Kopf drängen, um zu sehen oder auch vielleicht anderen zu zeigen, warum man nie nachlassen darf? Ja, es passieren solche Spiele in einer Karriere und es passieren solche Spiele genauso auf der anderen Seite auch. Wir haben auch schon zwei Tore hinten gelegt, zwei Minuten Verschluss und plötzlich gelingt dir das Unmögliche noch und du gleichst aus und entscheidest das Spiel für dich in Obertheim. Das hat man auch schon miterlebt. Diese Erfahrungen machst du einfach, wenn du viele Spiele spielst und Serien und Playoff-Partien, aber es ist alles im Kopf drinnen. Du weißt, es kann in beide Richtungen gehen. Auf der anderen Seite, wenn du vorne bist, sagst du, ja, ich kann Fehler machen, nichts anbrennen lassen und genau das passiert dann. Und wenn du hinten bist, sagst du, jetzt riskieren wir nochmal volle, weil wenn wir jetzt noch eins kriegen, okay, dann ist die Partie vorbei, aber wenn wir noch eins schießen oder zwei, dann fängt die andere Mannschaft zum Wackeln an und dann haben wir sie wieder. Und auf das drängst du eben hin und du machst einfach die Erfahrungen auf beiden Seiten. Ich bohre aber trotzdem noch ein ganz klein wenig in der Runde, weil es jetzt auch mit Zahlen belegt werden kann. Klagenfurt ist zweieinhalb Minuten vor dem Ende mit 4 zu 2 in Führung. Fraser 57-20, 3 zu 4. Kelsey Tessier 58-18, also nicht einmal eine Minute später, 4 zu 4. Jerry Polastroni in der Overtime Minute 71 lässt die Luft aus der Halle raus. Ist dieser Moment jetzt wieder da und wenn ja, beschreib ihn mal. Ja, du probierst bei einem Stand von 4 zu 2 einfach zu mauern und solide zu runterzuspülen. Und da die Gefahr besteht dann, dass du zu passiv wirst. Und das ist uns passiert. Wir waren zu passiv, Wien hat gedrängt, wir haben keinen gescheiten Aufbau gemacht, wir haben die Scheiben nicht mehr behauptet, wir haben sie einfach wegschossen. Und wenn du eine Mannschaft hast wie Wien, die so viel Qualität hat, dann kommt einfach die Gefahr. Und die aber erarbeiten sich Torchancen, eine nach der anderen, egal was für eine Zeit auf der Uhr oben steht. Und die sind kommen wie eine Lawine. Wir haben die Scheiben weggeschossen, die sind kommen, kommen, kommen. Auch da nach dem anderen. Und auf einmal wirst du da diese Lawine aufhalten, aber dann bist du einfach verunsichert. Ja, das Selbstvertrauen ist in dem Moment nicht mehr so richtig da. Du wirst dich auffangen, probieren. Und dann passieren Fehler, wenn du unsicher wirst, zu viel Nachdenkung anfängst, im Kopf nicht mehr frisch bist. Und plötzlich steht es 4-4 und wir gehen in den Oberteilen. Und dann verlierst du das Spiel. Und dann auf einmal ist natürlich die Enttäuschung riesengroß. Wie du sagst, die Luft war draußen. Von dem Schock, sich zu erholen, dauert natürlich eine gewisse Zeit. Ich kann mich an Playoffs-Serien erinnern, und die im ersten Spiel auf so dramatische Art und Weise in eine Richtung gegangen sind, dass wir dann immer so intern gewitzelt haben, die Serie ist vorbei. Das war jetzt schon in Spiel 1 der Winickbruch. Ich weiß noch ganz genau, dass es mir in dieser Serie, nach diesem Spiel so ergangen ist, dass ich gesagt habe, kann man nicht erklären, wie Klagenfurt sich davon erholen möchte. Wie ist es dir gegangen oder erholen kann? Wir haben das natürlich analysiert, das Spiel. Wir haben uns zusammengesetzt, Spieler, Trainer, Meetings gehalten und gesagt, wir müssen das abhocken. Ein Spiel in einer Playoffserie ist einfach ein Spiel, nicht mehr, nicht weniger. Ob wir jetzt einen 1-0 verloren hätten und das Tor in der ersten Minute gekriegt hätten oder jetzt einen so richtig abbeißen in einem Overtime, wir dürfen das nur als Ganzes sehen und ein Spiel. Und das zählt auch nicht mehr als ein Spiel. Das redest du halt und predigst halt in der Kabine. Aber? Aber wie das jeder Spieler mit sich ausmacht und damit umgeht und das verarbeitet, das ist natürlich die andere Sache. Was war also dein Gefühl nach diesem Spiel oder gab es einen anderen Punkt, wo es gekippt ist? Weil irgendwann, irgendwo gibt es diesen Punkt, wo dann wahrscheinlich nicht mehr jeder im Team zu 100 Prozent dran glaubt. Jedenfalls nicht nach dem ersten Spiel, weil du weißt, die andere Mannschaft muss noch dreimal gewinnen und das ist noch viel Arbeit. Aber das eine Spiel schmerzt halt und das hängt länger im Kopf. Und in einer Playoffserie, du hast ja nur einen Tag Pause dazwischen und am nächsten Tag kommt schon wieder das nächste Spiel. Also musst du in der kurzen Zeit versuchen, das so schnell wie möglich zu verarbeiten und zu verdrängen und aus deinem Kopf zu bringen. Was nicht immer einfach ist, weil wenn du am nächsten Tag in die Halle gehst und dort raus und am Weg vom Hallentor zum Auto treffen die drei Leute und jeder redet dir auf das an und erinnert dich und sagt, was war denn da los, was war denn da los, was war denn da los? Und dann schaust du auf dein Handy, da sind fünf SMS drauf und sagen, wie kann denn das sein, dass ihr das Spiel verliert? Was ist denn da los? Also wirst du immer wieder erinnert und das dann alles auszublenden und abzuschalten ist gar nicht so einfach. Die Serie ist mit einem Sweep und dem Perfect Playoffs der Capitals zu Ende gegangen. Wie bitter ist es, wenn eine Mannschaft den Titel auf eigenem Eis, also auf deinem Eis, dann auch feiert? Ja, in dem Moment... Du hast das das letzte Mal erlebt in Linz, da gibt es eine lange Heimfahrt, die sollen feiern, solange sie bei sich wollen, aber quasi in your house? In dem Moment war es natürlich... Ja, das ganze Rund um mich dumm ist natürlich schade vor den eigenen Fans. Wenn da das vierte Spiel das entscheidend ist, wirst du nochmal alles geben und alles... Vielleicht nochmal einen Sieg wenigstens einfahren, dass du zu Hause eben das nicht verlierst. Und wenn das der Fall ist, ja, wie gesagt, dann kannst du der anderen Mannschaft nur gratulieren. Wenn du viermal hintereinander gegen eine Mannschaft verlierst, dann war sie wirklich besser und hat verdient gewonnen. Da gibt es nichts anderes, außer zu gratulieren und den Hut ziehen. Es ist der letzte Meistertitel zu diesem Zeitpunkt schon wieder vier Jahre her. Währenddessen sind fünf Vollzeittrainer in Klagenfurt verschließen worden. Ab wann hast du gespürt, es ist im Team, vielleicht auch im Vorstand, aber vor allem in der Stadt bei den Fans, gewisse Unruhe da, beziehungsweise steigt dieser Hunger auf Erfolg so ins Unermessliche? Nach dem ersten Jahr schon, wo wir die Playoff nicht erreicht haben. Und das wird immer so sein, wenn du Meister wirst, kommt jeder zwar gratulierter, aber im nächsten Satz sagt er schon, aber nächstes Jahr wieder. und wir wollen wieder Meister werden, gar nur, dass du das weißt. Dann sage ich, danke, dass du mich erinnerst, weil deswegen spielen wir alle und trainieren schon wieder mit dem Messer zwischen den Zähnen, weil wir müssen den Titel verteidigen und das ist eine riesige Aufgabe. da vergeht nicht viel Zeit, dass der Anspruch auf einen Titel wieder da ist in Klagenfurt, weil einfach die Historie über die Jahre zeigt, dass KAC einfach viele Titel geholt hat und die Leute sind teilweise verwöhnt ein bisschen. Nur, das moderne Eishockey hat sich verändert und jeder, der was mit Eishockey was am Hut hat und ein bisschen Ahnung hat, weiß, dass andere Klubs auch nicht schlafen. Es sind Top-Teams in der Liga und von den ganzen Teams kann jeder die Meisterschaft gewinnen. Und da muss einfach vieles zusammenpassen, dass du am Ende eines Jahres als Sieger dastehst und sagst, das war wirklich ein Traum auf die Saison. Das konnte Mike Pellegrims nach dieser Saison nicht sagen. Auch er war, wenn man so will, one and done. Auch hier wieder neue Saison, neuer Trainer, neues System. Ab wann fühlt man sich hier im Film und täglich größtes Murmeltier? Ja, wir haben uns dann nach ein paar Jahren schon daran gewöhnt, dass fast noch jeden Jahr ein neues Gesicht kommt. Mike Pellegrims war Erfolgstrainer, wenn du eine Mannschaft ins Finale führst, dann hast du wirklich einiges richtig gemacht. Und er hat vielleicht Forderungen gestellt, die wir nicht kennen, die er vielleicht beim Verhandeln oder was auch immer andere Forderungen gehabt hat, die der KAC vielleicht sich anders vorgestellt hat. und wie auch immer, viele Trainer in einigen Jahren, als Spieler kannst du dich nur daran einstellen. Du kannst nur, wenn ein Trainer kommt, ein neuer, das Beste daraus machen. Du musst versuchen, den wieder zu beweisen und sagen, was du kannst, was du bereit bist zu opfern und dir deinen Platz zu erkämpfen. Und das war halt in den letzten Jahren immer so der Fall. und immer, wenn ein neuer Trainer gekommen ist, ist es unter Anführungszeichen wieder eine neue Chance für jeden Spieler, weil es wieder bei jeder bei Null anfängt. Aber es sind einige Trainer in den letzten Jahren in Klagenfurt gewesen und man zeigt oder man sieht einfach, wie schwierig es ist, in der Hockey-Town Klagenfurt wirklich lang zu bestehen. Denn auch, das kann man vorwegnehmen, Auftritt Steve Walker, auch er daran gescheitert, diese Diva langfristig auf Erfolgskurs zu führen, war er vielleicht dieser Ruf alte im Voraus zu nett? Ja, nach Bellegrims konnte der Nachfolger nur nett sein. Ja, nein, der war einfach ein Typ, der war so ein Players-Coach, sagt man, im Eishockey-Fachjargon. Das heißt, er hat viel auf die Spieler gehorcht und hat alles gemacht, dass die Spieler sich wohlfühlen und teilweise auch jedes Spiel frisch zu sein und weniger trainiert und ein bisschen ja, vielleicht ja, einen Gang runtergeschalten, so quasi. Aber wenn du so etwas machst, musst du eine Mannschaft haben, die etwas extreme Qualität hat und extrem gut aufgeschaltet ist. Hady Nielsen zum Beispiel war in Salzburg so ein Typ, der hat genau gewusst, es ist eine Championship-Mannschaft und das Training muss gut sein, aber es darf nicht so hart sein, weil ich muss die Spieler bei Laune halten, so quasi. Und das hat er perfekt gemacht. Steve Walker, der hat das genauso versucht in Klagenfurt, aber das hat bei uns nicht so funktioniert. Er war einfach zu gut. Eine Mischung aus Steve Walker und Bellegrims, das wäre der perfekte Trainer gewesen wahrscheinlich. Steve Walker selbst ist mit beeindruckenden Werten lange in der DEL alles kaputt gescort nach Klagenfurt gekommen. Ist dir das bei einem Trainer wichtig, dass der auch auf hohem Niveau eine solide Karriere hatte oder könnte jetzt auch meine Wenigkeit, dessen Skills eher limitiert sind, herkommen und ein guter Trainer sein? Für mich soll überhaupt nicht ein guter Eishockey-Spieler gewesen sein. Ich habe da schon in meinen Anfangsjahren mit dem Lars Bergström gelernt, der war ein richtiger Eishockey-Professor, hat selber nie in einer hohen Liga gespielt, hat sich aber ausgekannt im Eishockey wie Kondera und hat so viel beigebracht und so viel gezeigt und uns gelernt und da habe ich schon gewusst, du musst nicht ein guter Eishockey-Spieler gewesen sein, damit du dann ein guter Trainer bist. Und oft ist es genau umgekehrt. Wenn du ein guter Eishockey-Spieler warst, heißt das noch lang nicht, dass du als Trainer einen guten Job erledigen kannst. Das heißt, weil ich am Eishockey-Spieler so limitiert bin, lebt mein kleiner Lebensabschnittstraum, irgendwann mal KAC-Trainer zu sein, vielleicht noch ein ganz klein wenig länger. Sag niemals nie. Die Saison für Steve Walker, der sehr nett war, ist erneut dann im Viertelfinale zu Ende gegangen, wie schon ein paar Mal die Jahre davor. Man ist an Bozen gescheitert, eine Mannschaft mit zwei Gesichtern, Ende November noch am Tabellenende einzementiert, über die Zwischenrunde mit Kai Sulkanen an Wehen der zweiten Luft bekommen und auf einmal haben sich alle an denen die Zähne ausgebissen und der KAC war das erste Opfer. Warum war Bozen diese Nuss nicht zu knacken? Bozen war zu diesem Zeitpunkt eine Mannschaft, die in einem unglaublichen Flow drinnen war, der Glaube so stark war, dass die einfach eine Serie nicht verlieren können und so haben sie ja gespült. Die haben nichts anbrennen lassen, die waren eisgekalt, staubtrockend und haben aus jeder Chance, wenn sie einmal runtergekommen sind, fast ein Tor gemacht und selber aber nichts zugelassen und genauso sind sie aufgetreten und ja, wir sind im Viertelfinale gegen einen Meister dann ausgeschieden. Am Ende kannst du sagen, ja, wenigstens sind wir gegen einen Meister ausgeschieden. Ist das dann wirklich eine kleine Genugtuung oder ist das immer so diese Relativierung für sich selber? Naja, immerhin gegen den Meister. Wirklich, also im Prinzip hast du es gar nichts, aber ja, es tut trotzdem weh. Wenn du denkst, hätten wir dich eh geschlagen, hätten wir den gleichen Weg vielleicht einschlagen können, aber nein, über das redest eigentlich gar nicht mehr und egal, gegen wen du ausscheidest, Meister oder nicht Meister, du hast verloren und das tut einfach immer weh. Jetzt wirst du als dynamischer Playmaker, als Difference Maker natürlich seit deiner Karriere abgeklopft, aber wenn es eine punktelose Playoff-Serie von Thomas Koch gibt, dann schaut man schon etwas genauer hin und wenn dann noch eine Mannschaft wie Bozen, die ein stringentes Defensivkonzept fährt, aber auch den einen oder anderen Rattler drinnen hat, dann stellt man sich schon die Frage, wie sehr wurde Thomas Koch in dieser Serie der Spaß vielleicht auch an der Sache genommen? Ja, Playoff-Serien sind immer hart, aber in der Playoff hat jeder Spaß, wenn du mal dort bist, in der Zeit Eishockey spielen darfst, dann ist es einfach das Coolste für einen Eishockey-Spieler, aber manchmal hat man einfach, ist ein bisschen Sand im Getriebe, sage ich mal so, und wenn es zu der Zeit ist, wo halt gerade eine Playoff-Serie ist oder gegen eine Mannschaft spielst, die was defensiv sehr gut agiert und du deine wenigen Chancen da nicht nutzen kannst und nicht hart bist, dann kommt das auch zustande, dass du einfach in einer Serie keinen Punkt machst. Wenn man vielleicht die KAC zwei Zeit in Anführungszeichen, also die zweite Phase beim Rekordmeister, uns ein bisschen die Playoff-Serien anschauen will, ist es die physischste gewesen, wo du sagst, das war für dich auch körperlich und dann wahrscheinlich auch in der Erweiterung mental die anstrengendste, die forderndste? Ja, ganz sicher die Serien, die bis ins Finale gegangen sind, weil die einfach long dauern und am Körper extrem zehren und mental genauso anstrengend sind wie körperlich. Ist verdammt schwierig zu sagen. Wahrscheinlich die, wenn du im Finale verlierst, weil einfach die Enttäuschung noch dazukommt, das sind wahrscheinlich die anstrengendsten Serien gewesen, weil wenn du am Ende gewinnst, dann ist die Erleichterung riesengroß und die Freude, dann spürst du die ganzen Schmerzen und bewegen. Würde jetzt für Linz KAC 11-12 oder Wien KAC 16-17 sprechen. Bin ich da auf der richtigen Fährte? Genau, die zwei trifft es wahrscheinlich, ja. Wir haben Schleifer mit Slukal, Nice Guy mit Mason. Darauf folgt ein Schleifer mit über kurze Lagen Pellegrims, dann kommt ein Nice Guy und das ist jetzt nicht bei keinem despektierlich gemeint mit Steve Walker und dann Petri Matikainen. Wo passt er in dieses Spektrum rein, das wir da jetzt aufgetan haben? Er ist genau so eine Mischung aus diesen ganzen Typen, die wir jetzt aufgezählt haben. Also das, was er schon nach Mike Pellegrims gebraucht hätte? Eventuell, ja. Der Petru ist ein Trainer, die menschliche Komponente ist bei dem extrem hervorzuheben, sage ich mal. Er ist ein Trainer, der extrem motivieren kann und er ist ein ausgesprochen guter Trainer im Sinne von Er liest die Mannschaft extrem gut. Er sieht die Körpersprache, er sieht mit was in der Brust du reinkommst in die Kabine, er merkt sofort, wenn irgendwo was faul ist, er analysiert jeden Spieler einzeln, er ist so ein richtiger Fuchs und kann schon sozusagen riechen, in was für eine Richtung das Schiff geht und da kann er eben früh genug eingreifen, er merkt, hoppla, es gibt die Stimmung, es gibt das und da setzt er dann früh genug den Hebel an. Gab es einen Moment, wo du das Gefühl hattest, verdammt, er hat mich jetzt richtig gut gelesen, wo du dir vielleicht selber noch nicht einmal über Emotions- oder Gefühlslage bewusst warst? Ja, eben diese Trainer, die mich wirklich überzeugt haben und überrascht haben, da kommen eben diese Momente auf und er ist einer davon. das waren Tage nach Spielen, wo ich komplett abgeklopft fertig in die Kabine komme, am Tag, Tagesplan ist gestanden, ja, 50 Minuten Eistraining mit Zweikämpfen und und und, weil das nächste Spiel schon wieder vor der Tür steht und ich bin da bei der Kabine reingegangen, den Kabinengang runter und der hat an seinen Blick schon gemerkt, irgendwas passt ihm da nicht, irgendwas und dann hat er mich schon mit so runzelnden Stirn angeschaut und gesagt, Tago, how are you today, everything okay und da habe ich genau gemerkt, er riecht den Braten und merkt, ich habe weh, ich bin mirt, mein Kopf ist noch voll, ich habe schlecht geschlafen und innerlich habe ich mir gewünscht, bitte mache heute ein Training, was nicht so anstrengend ist, weil ich muss wieder Energie sammeln und irgendwie frisch sein, damit ich morgen richtig marschieren kann und ich habe nicht einmal viel Saugen gebrauchen, ich sage immer, passt alles, wenn man nichts anmerken lassen will, so quasi, das Training piegst schon runter, passt, er ist in seiner Trainerkabine verschwunden und auf einmal zehn Minuten später kommt er raus und sagt, so, heute, die Spieler, die so und so viel Eiszeit gehabt haben, die machen nur einen lockeren Bike Ride, so quasi eine Erholungseinheit am Radl, die jungen Spieler, die was viel vertragen und hungrig sind noch, die trainieren am Eis, und hat die Mannschaft geteilt, so quasi, er hat genau gesehen, wer mürt war, wer angeschlagen war, wer leicht verletzt war, hat die vom Eis runtergegeben und die, die, die noch quasi im Soft und fit und hungrig waren, die haben aufs Eis gehen können und die hat er eben am Eis trainiert. und da habe ich mir gedacht, der hat ein Gefühl für unsere Truppen, es kann nicht jeder gleich behandelt werden, es sind 25 Individuen, die du verschieden angreifen musst und das hat mich sehr imponiert, in seinem ersten Jahr, wo er da war und einigen anderen Spielern auch. Und er wird jetzt auch so, als es denn die dritte Saison hoffentlich gibt, auch in seiner dritten Saison in Folge in Klagenfurt gehen, etwas, das es schon sehr, sehr lange nicht mehr gab. dieses Arbeiten mit Spielern, dieses Gefühl haben für diese Individuen, wie du das angesprochen hast, ist das was, dass du dir auch zutrauen würdest, wo du glaubst, ob deine Erfahrung so viel gesehen zu haben, in so vielen verschiedenen Kabinen gewesen zu sein, dass du das auch hättest? Es ist natürlich schwierig zu sagen, aber wenn du schon Kapitän bist von einer Mannschaft oder sozusagen in der Leadership Group, wie es bei uns hast, dabei bist, dann bekommst du ja einiges mit und siehst natürlich Spieler, die gewisse Probleme haben und da merkst du schon, den kannst du jetzt nicht beschimpfen, wenn er einmal einen Schuss nicht blockt oder einmal einen Fehler macht. Der braucht jetzt einmal eine Streichleinheit und den musst du auch das Gefühl geben, es wird nicht jeder Fehler von dir so quasi auf die Tafel gemahlen und du wirst bloßgeschält von der ganzen Mannschaft. als Trainer ist es noch einmal was anders, wenn du da vor 20 Leuten stehst, irgendwie darfst du deinen Respekt nie verlieren, musst du aber gewisse Fehler aufzeichnen und aufzeigen und natürlich auch Spieler hart dran nehmen. natürlich ist das eine Eigenschaft, wenn das ein Trainer mitbringt, ist es natürlich super klasse, aber ich bin noch Spieler und will noch länger Spieler bleiben. Wir sind noch mittlerweile über zwei Stunden Gespräch und erst Folge eins von Hockey O'clock mit Martin Pfanner und dem Thomas Koch Spezial beim Ausgangspunkt angelangt bei der 31. Meistersaison des KAC auch da unfassbare Playoffs, wo es wie 12-13 schon einen Hexer damals eben Svete vor eineinhalb Jahren Haugen gab. Wenn wir diesen Lars Haugen, der brillant gehalten hat, ausklammern, was glaubst du war der Grund, dass es nach sechs Jahren wieder einen Titel in Klagenfurt zu feiern gab? Ich glaube, dass da viele Faktoren zusammengekommen. Unter anderem auch die Ausländer, die wir dazubekommen haben in diesem Jahr, waren einfach richtig tragende Rollen. In der Verteidigung haben wir endlich wieder einen Verteidiger gehabt, der fast 20 Tage als Verteidiger gemacht hat. Und so eine Waffe von der blauen Linie zu haben, ist natürlich Gold wert. Das war ein großer Baustein, sprich Adam Comrie. Wir wissen alle, von und hat in wichtigen Spielen wichtige Tore geschossen. Vorne im Angriff waren auch Spielertypen dabei, die uns richtig viel geholfen haben. Nick Peterson wird als MVP von der DEL geholt. eine richtige Granaten sozusagen. Ich habe das Vergnügen gehabt, mit dem zusammenspielen zu dürfen in der Saison und hat super funktioniert und genau so einen Stürmer brauchst du, der in entscheidenden Momenten Spiele entscheidet und noch einmal sich abhebt von allen anderen. Und dieses Aß im Ärmel hat uns immer sozusagen in jedem Spiel den Glauben gegeben, der allein kann die Partie für uns entscheiden. Und was noch dazu kommt dann einfach das Mannschaftsgefüge. Der Trainer hat es geschafft aus den Ganzen eine richtige Einheit zu formen und das war eigentlich immer im Vordergrund. Okay, du hast wie schon angesprochen einen Dormann, einen Superstar in der Abwehr, aber zudem kommen auch andere Darsteller dazu, wie Fischer 100 Pfund die Geier mit ihrem Kompfeinsatz, ein Mitch Wall, der Qualität gehabt hat, ein Gartner und und und, ein Witting, ein Kraus, ein Liebig. Wenn du diese Typen aufzählst, da holen wir zehn Geschichten zu jedem ein, die er erfüllt hat im Laufe dieses Jahres, damit wir am Ende dort sind, wo wir gestanden sind. Und über diesen Ganzen hat noch einmal der Trainer die Hand gehabt, beide Trainer, muss ich sagen, auch der Dormann-Trainer, der Sonnen, der aus dem Matlener einen Supertaum gemacht hat und den Haugen auch immer so hingetrimmt hat. Also es kommen viele Sachen zusammen, die passen müssen, damit du so ein funktionierendes Team hast. Deswegen ist es schwierig zu sagen, nur das oder das hat funktioniert und deswegen sind ein Meister geworden. Wie wichtig war am Weg zur Meisterschaft oder war es überhaupt ein Faktor Viertelfinale 2 in Bozen, das bis dato längste Spiel der modernen Liga Zeitrechnung. Wie hast du das miterlebt und wie blau oder vielleicht auch vielleicht schon schwarz waren die Oberschenkel nach dieser Partie? Ja, dieses Spiel wird keiner von uns vergessen, glaube ich. Es war ein Wahnsinn, wie lange das gedauert hat. Uns ist das Tape in der Kavine ausgegangen. Wir haben schon die Schläger nicht mehr gewickelt, weil wir haben gesagt, es ist nicht mehr genügend Tape da. der Saft ist ausgegangen, wir haben keinen Saft mehr mixen können, es war überall, alle Reserven waren aufgebraucht, die Riegel waren weg, die Bananen waren weg, jeder ist nicht mehr im Kreis gelaufen und hat irgendwo was zum trinken gesucht. wenn das noch ein Drittel gegangen wäre, wahrscheinlich hätte man ohne Tape weitergespielt, weil es war einfach alles auf Notstand und alle Reserven waren aufgebraucht. Aber dann als Sieger nach dem Spiel vom Eis zu gehen, das entwickelt dann Kräfte. Da sind man wieder genau bei so einem Punkt, wo du eigentlich weißt, die Serie verlieren, das wäre schon richtig schwer, oder? Absolut. Aber trotzdem, selbst dann, wenn du das Spiel gewinnst und du in Bozen um 1 Uhr im Bus einsteigst nach einem Spiel und die ganze Nacht heimfahrst und du den Fuß nicht einen Millimeter bewegen willst, weil du glaubst, jetzt schießt gleich der Kampf ein und du nicht schlafen kannst und die ganze Nacht nicht schläfst und um 6 Uhr ankommst in Klagen Fuhr und denkst dir, die Bozen liegen jetzt schon im Bett, die haben schon 5 Stunden schlafen, mehr als wir und in ein paar Stunden geht die nächste Partie los und die werden uns sicher nichts schenken, weil die werden noch einmal eine Scheife drauflegen, die werden den Tank komplett ausleeren, wenn sie da bei uns noch was holen wollen. Also müssen wir bereit sein und so ist es mental eine riesige Aufgabe und eine riesige Challenge, das unterschätzt man als Außenstehender, was da in den Köpfen von Spielen abgeht eigentlich. Was war das Erste, was du an dem Tag nach Spielende zu Johannes Bischofberger gesagt hast? Danke, danke Bischi, dass du uns erlöst hast. Es war ein witziges Tor aus der Luft mit dem Schaft von ja gefühlten 10 Meter Wolle reingehaut, also ein Wahnsinn Star und ich war nur dankbar, dass der uns erlöst hat und habe glaube ich zehnmal Danke gesagt. Es ging über Bozen und Graz ins Finale und dort dann auch in Spiel 6. Wir haben ganz zu Beginn den Game Winner gehört, auch was in der Halle los war. Es gibt eine wunderschöne Statistik, dass du seit 2000, 2001, also auch der modernen statistischen Zeitrechnung bei 5 der 8 Championship Winning Goals am Eis gestanden bist. Reiner Zufall oder steckt da mehr dahinter? Ja, ist ja schwer zu beantworten. Der muss jetzt leider, das ist das Blöde. Ja, das ist ja das Blöde. Ja, fünfmal am Eis zu stehen, wenn das entscheidend da fällt, ja, vielleicht habe ich fünfmal Glück gehabt und war halt zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, aber ja, ist schon ein toller Wert. Heute auch zum ersten Mal, aber ist sicher cool. Du musst jetzt natürlich als Diplomat hinnehmen, du hast aber auch schon erwähnt, nach der Karriere wird dann abgerechnet und werden diese Zahlen dann auf jeden Fall nochmal aufgearbeitet. Sollte es Hockey O'Clock dann noch immer geben, gibt es einfach ein weiteres Thomas Koch Zahlen Spezial. Eine Saison fehlt uns noch von dann aber hoffentlich vielen noch kommenden mit dem KAC und dann in der Better-at-home Eishockey-Liga die vergangene Saison. Der KAC trifft in den Playoffs auf die West Blackwings Linz, harte Serie, die mit 3 zu 0 an Linz geht und am 10. März geht es für den KAC, geht es für dich im Bus nach Linz zu Spiel 4. Wenn es ein Spiel 4 gegeben hätte, was wäre dort passiert? Ich glaube, wir hätten alle Kräfte mobilisiert, um den Auswärtssieg zu holen in Linz und dann nochmal neue Serie starten. Natürlich jetzt bedachtet 3-0 hinten in der Serie ist extrem schwierig, aber wir haben in der Mannschaft geredet und gesagt, es hat schon einmal gegeben. A Mannschaft hat schon einmal 3-0 hinten gelegen und hat dann viermal hintereinander gewonnen. Und warum sollen wir nicht die zweite Mannschaft sein, der erst gelingt? Gab es was, bei Linz ist es ja der legendäre Surström Fisch, der in der Kabine ausgepackt worden ist, gab es was, dass Matika einen Du, Fischer, Führungsspieler als Motivationstool ausgepackt hatten, um nochmal alles zu mobilisieren? Nein, eigentlich war da kein großes Motivationstool da, weil wir alle so gebrannt haben, dass wir endlich einmal den ersten Sieg einfahren und die drei Spiele davor hätten wir genauso gewinnen können. Okay, das erste Heimspiel, da haben wir nicht so eine gute Figur gemacht, aber Spiel zwei und Spiel drei hätten genauso an uns gehen können. Und damit ist es doch viel Häti Wari, damit sind es die ersten 132 Minuten von Hockey O'Clock mit Martin Pfanner im Thomas-Koch-Spezial. Das ist, das war Folge eins, die zweite Karriere beziehungsweise die zweite Wirkens- Schaffens-Zeit beim KAC wurde jetzt in aller Ausführlichkeit besprochen, aber es gibt noch so viel mehr Kapitel dieser illustren Karriere. Thomas Koch nimmt sich noch ein ganz klein wenig Zeit und wir plaudern in der ersten Doppelfolge, die am heutigen Tag erscheint. Einen Tag nach deinem Geburtstag nochmal herzliche Gratulation nachträglich. Folge 2 vom Thomas-Koch-Spezial Wir widmen uns dort den Jugendherren. Gerne mehr davon. der